Never mind the Kunsthochschule oder die Struktur des Asphalts. 18. Juni 1981, Washington DC, irgendein verranster Keller. Eine aus Teenagern bestehende Band nimmt gerade ihre erste EP auf. Nach etwas über drei Minuten Laufzeit, am Anfang des vierten Songs angekommen, brüht der ein kahlgeschonener 19-jähriger Sänger ins Mikro. I'm a person just like you, but I've got better things to do, then sit around and fuck my head, hang out with the living dead. Dieses Lied wird nicht weniger als eine Jugendbewegung begründen. Und über 30 Jahre später wird der Sänger dann sowas sagen wie For most people, when they saw a swimming pool, they thought, let's take a swim. But I thought, let's ride it. Let's see what the transition is like at the bottom. When they saw maybe the curb or the street, they would think about driving on it. I would think about the texture. I slowly developed an ability, I think, to look at the world through totally different means. I had a whole other idea of what was happening. Gleiche Zeit, anderer Ort. Knapp vier Stunden Autofahrt nordöstlich von Washington. In einer Galerie in Soho, New York, findet gerade das neuntägige Noise-Fest statt. Und dem Titel entsprechend klingen die dort auftretenden Bands auch alle ziemlich no-wave- und noise-lastig. Unter ihnen befindet sich unter anderem ein Krach-Duo, bestehend aus einem 22-jährigen 2-Meter-Schlags einer Gitarre und einer 28-jährigen Bassistin, welche sich ihren Lebensunterhalt unter anderem als Kuratorin verdient. Während desselben Festivals werden die beiden auf den Gitarristen einer anderen, nach ihnen spielenden Gruppe aufmerksam, welche seine E-Gitarre bis zum äußersten umgestimmt hat und sind begeistert von dem dadurch entstehenden Gitarren-Sound. Anschließend fragen sie ihn umgehend, ob er der Band beitreten will. Er will. Jahre später werden die drei den Kern einer der einflussreichsten Bands im Independent-Bereich bilden und abermals einige Jahre später wird eine ihrer Platten sogar als quasi Kulturgut vom National Preserving Committee der Vereinigten Staaten aufgenommen. Alter, was sollte diese behinderte Einleitung gerade? Überhaupt, worum geht's hier eigentlich? Guess what? Es geht um die Kunsthochschule und wie deren Besuch für mich so ziemlich genau die Antithese des gerade Beschriebenen war. Denn ich habe studiert Malerei, freie Kunst. Ein Studium, von dem ich mir viel erhofft hatte, welches jedoch in dessen Verlauf immer mehr zum Gegenteil wurde, weswegen ich mich einst dafür beworben hatte. Gerade gegen Ende meiner Studienzeit betrat ich die Uni immer öfter als ein Bündel fleisch gewordener Angst, sah es da die Zeit ab und ging deprimiert wieder nach Hause. An der das Kunststudium abschließenden Absolventenausstellung habe ich dann erst gar nicht mehr mit teilgenommen, als auch bewusst kein Meisterschülerjahr drangehangen, obwohl ich den dafür erforderlichen Notenschnitt erfüllte. Diese zwei Antihaltungen waren jedoch nur das Resultat von etwas, das ich wirklich schlimm finde. Ich habe die Kunsthochschule mit dem Gefühl verlassen, dass mich das Studium weder künstlerisch noch menschlich irgendwie weitergebracht hat und entgegengegen meiner anfänglichen Hoffnung eher ausbremste, beziehungsweise gar fast von der Kunst abbrachte. Warum und wieso soll im Folgenden erläutert werden. Alter 22, Student von irgendwas, in Klammern Wirtschafts-Mathematik, haha, währenddessen für Kunst beworben, Mappe in vier Tagen zusammengeschustert, Mappe eingereicht, Eignungsprüfung, angenommen, anderes Studium abgebrochen, hüpp-hüpp-hurra, denkste. Immartikulationen, erster Tag an der Uni, schmierige Willkommensveranstaltungen mit grässlicher Vogel-Jazz-Scheiße zur musikalischen Untermalung. Aua, aua. Erster von vielen folgenden Gängen in die Verwaltung. Im Zuge des Bologna-Abkommens müssen Sie nun als erstes Studienjahrgang sogenannte Module belegen, welche neuerdings mit Noten bewertet werden. Aha. Wie genau das dann umgesetzt werden würde, wisse man auch noch nicht. Zweiter Tag, erste Vorlesung, Kunst- und Kulturgeschichte, wie folgend jeden Dienstag. Am Tag davor dann immer ein Seminar über wissenschaftliches Arbeiten. Die restlichen drei Tage der Woche Besuch von zweiwöchig wechselnden Kursen, wie beispielsweise Zeichnen, Akt, Malerei, Bildhauerei, Raumgestaltung. Nothing wrong with that. Wobei ich mir manchmal vorkam wie im Wergenunterricht in der Grundschule und mir sich der genaue Sinn des auswendig Lernens von Muskelgruppen im Anatomie-Kurs ebenso nicht ganz erschloss. Im zweiten Semester dasselbe in grün, jetzt aber freies Arbeiten. Man konnte nun zwei der im ersten Semester besuchten Kurse spezialisieren. Gegen Ende gab es dann sogar die ersten aus Fachgebiet bezogenen Treffen. So viel zum als Vorbereitung gedachten ersten Studienjahr, welches meiner Meinung nach zwar weitestgehend unnötig, dennoch nicht das wirklich Problematische am Kunststudium für mich war oder der Grund dafür, diesen Text hier zu schreiben. Die ersten wirklichen Irritationen löste für mich das dritte Semester aus. Freies Studium. Eigentlich. Zuerst müsst ihr alle Klassen durchlaufen. Kann ich die Klasse Magier wählen? Nein, die Klassen des Fachgebietes und Depp, damit man mal ein wenig in die hineinschnuppern kann. Okay. Also, arbeitsraumbezogen, male, male, schnubber, schnubber, dann Klassenwechsel. Ab heute müsst ihr Druckgrafik machen. Aber ich will malen. Nein. Warum heißt der Studiengang dann malereifreie Kunst? Weil auch viele bekannte Künstler Druckgrafiken herstellen. Ach so. Dann das erste Klassengespräch. Das ist gut und das ist schlecht und das sieht aus wie bei dem und dem Professor. Äh, was? Gespräch beendet. Nächster Student. So in etwa verliefen dann tatsächlich alle restlichen Klassengespräche im gesamten Studium. Diese wöchentlich stattfindenden Besprechungen, welche regelmäßig mit 15- bis 20-minütiger Verspätung anfingen, kamen mir schon nach dem zweiten Treffen wie ein nachmittäglicher Seniorentreff vor, bei welchen ein wenig über Kunst oder Besuch der Ausstellung geplauscht wurde, während man dazu Kaffee und Kuchen servierte und es sich dabei schön gemütlich machte. Manchmal hielt auch jemand einen Vortrag oder man schaute sich projizierte Videos an. Kindergeburtstag mit Erwachsenen, Kaffeekranz der Untoten, Gruppentherapie ohne Therapeuten. Meinem Empfinden nach waren die Zusammenkünfte reinste Quatschveranstaltungen, in denen ich oft nur die Zeit absaß und auf meine Schuhe oder aus dem Fenster sah. Während der Gespräche gab es manchmal ellendlange Pausen zwischen den Ausführungen der Professoren und der Studenten, so als habe man sich eigentlich gar nichts zu sagen. Tick, Tick, war die Zeit stehen geblieben oder fand gerade ein Freeze-Flash-Mob statt und ich wusste nur nicht Bescheid. Stille. Sekunden vergingen, Minuten, Stunden, Jahre, bis endlich wieder jemand das Wort ergriff. Einen wirklichen Plan, wie die Klassentermine ablaufen könnten, schien es ebenfalls nicht zu geben. Selbst der triftige Grund, eine Ausstellung zu veranstalten, mündete meist in ewigen, zähen und enervierenden Diskussionen über irgendwelche Detailfragen, sodass es manchmal Monate dauerte, bis die Ausstellung schließlich umgesetzt wurde. Vielleicht lag es ja darin, dass die Gruppe letztlich doch nur ein zusammengewürfelter Haufen war und man eventuell auch gänzlich gegensätzliche künstlerische Positionen bildete. Ich war jedenfalls nach einer Finissage eigentlich immer ganz froh, dass die Ausstellung danach wieder vorbei war. Nach Beendigung dieser etwa ein- bis zweistündigen verbalen Butterfahrten ging es dann in die Ateliers der Studenten zur Besprechung derer Arbeiten, wobei die Professoren bei den Gesprächen immer als eine Art selbsternannte Geschmackspolizei für bildende Kunst in Erscheinung traten und eine Phrase nach der anderen droschen. Es sei ganz interessant, spannend oder gut gelöst. Es habe irgendwie was. Am besten war aber noch schön gemalt, was für mich so ziemlich das Schlimmste ist, was man über Kunst sagen kann. Schön gemalt, schön anzuschauen, schön dekorativ. Also nicht im Ansatz kritisch, politisch, gesellschaftsrelevant, zeitgemäß, mitreisend, prägend oder nachhaltig, beeindruckend. Dass man mit diesen paar Versatzstücken auch so ziemlich jedes Kunstwerk beschreiben kann, war anscheinend ebenso egal. Bereits nach drei, vier Gesprächen führte ich gedanklich schon eine Top-Ten-Liste der bescheuerten Aussagen, welche sich ohne groß mitzuhören stetig auf wundersame Weise erneuerte. Aber lustig war es deswegen natürlich noch lange nicht. Man hätte mal Bullshit-Bingo mit den oben genannten Worten spielen müssen. Die Dauersiegesserie wäre einem sicher gewesen. Schon binnen weniger Wochen hatte ich das Gefühl, mich in einer Art Endlosschleife zu befinden. Und täglich grüßt das Künstlertier. Macht null Sinn, klingt aber gut. Richtig übel wurde es allerdings erst, wenn dann mal ein Student etwas auf die Phrasendrescherei entgegnete. Oft war dies der Beginn einer unglaublich zermürbenden und kräfteraubenden Diskussion, vor allen Dingen für die Zuhörenden. Die Zeit schien sich in diesen Momenten abermals um ein Vielfaches zu stauchen und da man vermutlich nicht noch mehr Schaden anrichten wollte, blieben die meisten Kommilitonen dabei einfach still und dachten sich ihren Teil. Warum an Diskussionen beteiligen, die niemanden etwas bringen? Während der Gespräche facepalmierte ich mich derweil meistens in Gedanken und war mir nicht sicher, ob ich lachen oder heulen sollte. Die Leute wussten anscheinend immer ganz genau, was gute und was schlechte Kunst war. Selten hörte ich so etwas wie Zweifel oder Bedenken über die eigene Meinung. Und jeder schien sich offenbar schon vor seiner Wortergreifung sicher zu sein, dass er recht hatte, wobei vor allen Dingen die Professoren immer möglich um ihre Souveränität und Unantastbarkeit bemüht waren. Somit führte die Unterhaltung eigentlich zu nichts und jeglicher Diskurs und ein eventuell dadurch ausgelöster Entwicklungsprozess hinsichtlich der künstlerischen Arbeit wurde praktisch im Keim erstickt. Schlussendlich schob man sich nur die bekannten Phrasen hin und her. Meinungspingpong ohne erkennbare Spielregeln. Und am Ende des Gesprächs war jeder genauso schlau wie vorher. Zumindest verliefen die von mir besuchten Klassengespräche ungefähr alle so. Zugegebenermaßen ist es natürlich auch heutzutage schwierig über Kunst zu reden, da heute ja letzten Endes alles Kunst sein kann und wahrscheinlich lachen einem am Ende dann genau die Leute aus, von denen man meint, dass sie es nie schaffen werden. Aber muss man sich denn wirklich immer gleich ins Bermuda-Dreieck der Kunstformulierung namens Interessant-Spann-Gut begeben? Natürlich wurden auch andere Ausdrücke gebracht. Worum es mir geht, ist das fast ausschließliche Behandeln und Thematisieren des Formalen. Gerade in Zeiten der womöglich ausklingenden Postmoderne. Ein Professor für Bühnenbild meint zum Beispiel mal in einer seiner Vorlesungen sinngemäß, dass es heutzutage eher um das Weiterdenken und den Kontext eines Kunstwerks gehe. Und wenn ich mir zeitgenössische Kunst in Galerien und Museen anschaue, sehe ich diese These oder Haltung mindestens tendenziell auch eingelöst. Im Fachgebiet Malerei allerdings unterhiert man sich lieber über das für sich stehende, kontextlose, auf vorgebohrte Maßhöhen gehangene Einzelwerk, welches da Kraft seines Auratischen vor sich hin strahlt und vom Künstler in schier genialer Meisterleistung, mehreren Wochen harte Arbeit und langem Zaudern und Zetern geradezu auf die Leinwand gezaubert wurde. Politische Bedeutung, gesellschaftliche Relevanz, zeitgenössische Ästhetik, Intimität, Wiedererkennungswert, Bezug zum Raum, Ort oder der Kunsthistorie, alles egal, 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 egal. Hier und da wurde sicherlich mal erwähnt, dass man das Ganze auch anders hängen könnte und dass die und der dies schon mal in ähnlicher Form gemacht habe. Aber insgesamt wurden diese Ebenen mehr oder weniger einfach ausgeklammert. Diesbezüglich ist mir besonders noch ein Satz in Erinnerung, den ein Professor bei etwa jedem vierten oder fünften Klassentreffen in verschiedenen Abwandlungen stetig zum Besten gab. Also wir haben damals unseren Professor gar nicht zuerst gefragt, ob ihm das Bild gefällt, sondern ob er es kaufen würde oder nicht. Na Halleluja. Klar ist die Verkäuflichkeit nicht ein unwesentlicher Aspekt eines Kunstwerkes. Von irgendwas muss ich ja schließlich auch leben. Aber sollte dies wirklich die Prämisse sein, aufgrund derer man Kunst erschafft, wie es die Aussage des Professors suggeriert? Zumal es schon seit Jahrzehnten andere Kunstrichtungen wie Video- und Performancekunst gibt, die prinzipiell erstmal gar keine materielle Exklusivität bieten können. Ich meine, es muss doch noch was anderes geben, als in erster Linie mit einem Kunstwerk Geld machen zu wollen. Geld machen will ich natürlich auch, aber um damit neben meinem Lebensunterhalt primär noch mehr Kunst finanzieren zu können. Oder wie es Damon Hirst mal formulierte, One should always do money for the art and not art for the money. Naja, ob sich das bei dem so eins zu eins einlöst? Egal. Hinzu kommt der Umstand, dass sich wirklich neue Kunst vermutlich erstmal sowieso schlecht bis gar nicht verkaufen lassen wird, da sie ja neu wäre und wahrscheinlich viele vor den Kopf stoßen würde. Leute wie Deschamps, Warhol oder Beuys stießen schließlich ebenso zuerst größtenteils auf Ablehnung, Kritik und Nichtbeachtung und bei großen Teilen der Bevölkerung wird deren Kunst bestimmt immer noch als moderner Scheiß abgetan. Na und, auf die künstlerische Relevanz derer muss ich hier nicht näher eingehen und von der Kunst leben konnten die drei genannten sicher alle irgendwann mehr als gut. Vielleicht muss man als progressive Künstler auch durch dieses Jammertal gehen, um dann später wirklich einer von denen zu sein, die etwas von Relevanz hinterlassen. Nun könnte man erwidern, dass eine Kunsthochschule für so eine Art von Kunst ohnehin nicht der richtige Ort sei. Simple Gegenfrage. Warum nicht? Man könnte doch immerhin mal fragen, wohin will der Student überhaupt? Was will der eigentlich in und mit seinen Kunstwerken erreichen? Welchen theoretischen Unter- oder Überbau gibt es? An wen orientiert er sich? Wen findet er scheiße? Was interessiert den, unabhängig von bildender Kunst? Gerade die Dinge, die vermeintlich nichts mit Kunst zu tun haben, sind doch meistens die größte Inspiration. Was hat er für Hobbys? Was macht er sonst so? Was bedrückt ihn? Alles gleichfalls egal. Der finnische Künstler Jauko Palleswo, 87 geboren, kommt in seinem Video Higher Education Roses von 2012 über seine Zeit an der Kunsthochschule in Helsinki, Kuvadei der Akademie, zu einer ähnlichen Ansicht. Art war ein Schuss. Die Schule war ein Schuss. Ich war ein Schuss. Und ferner. Ich habe mit Lehrern getroffen, die wollten über Schildern sprechen oder was ich noch gemacht habe. Ich wollte über meine Probleme sprechen. Gleich hier. Die Einzel- und Klassengespräche sollen gewiss nicht zum seelenklemmenden Ersatz verkommen, aber gerade die Antworten auf die vor- und aufgezählten Fragen bedingen doch in gewisser Weise genau das, was man künstlerisch versucht umzusetzen. Zumindest ist es bei mir so. Natürlich kann und soll man sich auch über Formales unterhalten. Jedoch ist für mich dieses eben nur ein Teilaspekt eines Kunstwerkes, den man vor allem, insofern es um rein Handwerkliches geht, schlichtweg erlernen kann. Und wenn man schon Farbgebung, Bildaufbau und ähnliches kritisiert, dann bitte auch richtig und nicht mit dem ewigen Nicht-so-gut-gelöst-Lari-Fari-Einheitsscheiß. Zumal hin und rücken des Studenten danach wahrscheinlich sowieso ganz andere Äußerungen ausgesprochen wurden, während man dessen Arbeiten in den Klassengesprächen noch als dennoch irgendwie interessant bezeichnete. Immerhin würde dann vielleicht wirklich mal so etwas wie ein Diskurs entstehen oder eine Diskussion, von der man etwas mitnehmen könnte. Dies setzt natürlich ein gewisses empathisches Feingefühl sowie ein zeitgemäßes kunsttheoretisches und historisches Fachwissen seitens der Professoren voraus bzw. auch die Gabe, dieses auf die Arbeiten der jungen Künstlergeneration anwenden und beziehen zu können. Aber dafür ist man ja schließlich Professor. Selbstredend, dass ich eben genau diese Attribute bei den meisten Lehrenden größtenteils vermisst habe und mich anstattdessen in Klassengesprächen teilweise für kunsthistorische Entwicklungen und Zusammenhänge rechtfertigen musste, die schon seit Jahrzehnten ihren Platz in der Kunstgeschichte gefunden hatten. Wenn es dann mal zu Vergleichen anderer Kunst kam, schien es, als wäre meist nur kurz das gedankliche Künstlerlexikon aufgeschlagen und scheinbar wahllos ein Name herausgepickt worden zu sein, welchen man danach zusammenhangslos in den Raum warf. Wenn man nur lange genug sucht, findet man immer eine dagewesene Position, selbst wenn sie noch so weit hergeholt ist. Es ist selbstverständlich schon wichtig zu wissen, welche Kunst bereits gemacht wurde und wann es ähnliche Tendenzen gegeben hat. Allerdings verkam die Veranstaltung oftmals zu einer reinen Name-Dropping-Orgie, bei denen dann der eine den anderen mit einem noch unbekannteren Künstlernamen zu übertreffen versuchte. Und auf was für Künstler da verwiesen wurde? Da konnte man der Landart nahe Installationen bauen oder minimalistische Bilder malen und bekam vom Professor den Ratschlag, sich doch mal Neo-Rauch anzuschauen. Da fuck! Ich jedenfalls schlug meist die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich zu Hause wieder angekommen, die Namen der für mich wohl relevanten Künstler allein in die Google-Bildersuche eingab. WTF! Das hatte doch nichts damit zu tun, was ich machen wollte! Und wie alt oder tot manche von denen bereits waren. Meine Generation war das jedenfalls nicht mehr. Heilige Scheiße! Haben die Leute mir überhaupt zugehört oder sich meine Arbeiten mal richtig angeschaut? Und es war ja tatsächlich so, dass manche Kunstwerke häufig gar nicht erst besprochen wurden, wenn sie offensichtlich nicht dem Geschmack des Professors entsprachen. Selbst nach dem Titel wurde in den seltensten Fällen gefragt. Alles, was auch nur einen Hauch über den Tellerrand der Malerei, des Druckes oder der Zeichnung hinausging, wurde zwar geduldet, aber letztlich null gefördert. Oder wie es einmal eine Gaststudentin formulierte, Wenn die Studente das mal nicht mir, sondern den Professoren gesagt hätte, wäre vermutlich nur schulterzucken die Antwort gewesen, denn einige der Lehrenden waren dem Englischen nur kaum bis geringfügig mächtig. Jemand meinte mal, dass Englisch die Sprache der westlichen Kunst sei und dass es als Künstler oder Kunststudent heutzutage unabdingbar wichtig wäre, fließend Englisch zu sprechen. Dem würde ich aus eigener Erfahrung mehr als zustimmen und es mag ein merkwürdiger Vorwurf sein, aber sollte man dies nicht auch bei den Professoren, welche ja ebenfalls als Künstler tätig sind, voraussetzen? Gerade im Hinblick auf die Verständigung mit den Gaststudenten oder dem Verstehen von Titeln, Begleittexten etc. Und wenn man die Sprache schon kaum versteht und spricht, kann man nicht wenigstens danach fragen, was im Titel steht oder worum es in den Arbeiten geht, zumal das rein textbasierende Kunstwerk innerhalb der bildenden Kunst spätestens seit den 60ern gesetzt sein sollte und Künstler wie Jenny Holzer, Lawrence Weiner, Barbara Kruger oder John Baldessari alle super scheiße renommiert sind. Naja, eigentlich ist es sinnlos, da irgendwelche Namen aufzuziehen. Man könnte schließlich tausende Künstler nennen, die irgendwas mit Wörtern und Text machen. Aber vielleicht eine noch, und zwar Laura Provost, 1978 geboren, die aktuelle Gewinnerin des Turner Prizes. Bekannt wurde Provost unter anderem durch ihre Science-Serie, bei welcher sie auf 25x30cm große Holzstücke verschiedene Botschaften wie «Ideally, this sign will take you in its arms» oder «Questions will be asked» darstellte. Dabei benutzte sie in den komplett in Schwarz-Weiß gehaltenen Schildern einen gut leserlichen, mittig ausgerichteten Standardschriftsatz, welcher mit glänzender, schwarzer Farbe umrandet wurde. Da die Künstlerin nur ein paar Jahre älter sein dürfte wie viele der jetzt an der Kunsthochschule Studierenden, frage ich mich manchmal, was die Professoren und Lehrbeauftragten in den Klassengesprächen wohl über Design-Serie sagen würden, wenn Provost an der Uni studieren und dieselbe Arbeit herstellen würde, jedoch noch nicht bekannt wäre. Ich glaube, man will es gar nicht so genau wissen. Mit Diskussionen über Farbgebung oder Bildaufbau kommt man da wahrscheinlich nicht sonderlich weit. Und was wäre denn, wenn man das Prinzip auf andere, aktuell renommierte Künstler übertragen würde? Einige hypothetische Beispiele. Naja, Herr McClay, Sie haben ja nur gefundene Filmausschnitte verwendet und aneinandergereiht. Das finde ich schon etwas unoriginell. Und dann ist auch alles nur geklaut. Oder? Also Marina, jetzt einfach einen Tisch und zwei Stühle hinzustellen, sich dann draufzusetzen und abzuwarten, das ist mir zu wenig. Oder? Hersegal, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Sie die Prüfung nicht bestanden haben. Die gerade genannten Künstler und deren angedeutete Kunstwerke wurden 2012 auf einer Liste mit dem Titel The 100 Most Iconic Artworks of the Last Five Years des Online-Magazins Art Info an erster Stelle genannt. Namentlich Christian McClay, The Clock, Marina Abramowitsch, The Artist is Present, Tino Segal, This Progress. Alle von 2010. Ob einem die Arbeiten gefallen oder nicht, sei erstmal dahingestellt und von so einer Liste kann man sowieso halten, was man will. Dennoch ist es glaube ich nicht so, dass sie im Umkehrschluss gar nichts aussagt und allein die Häuser unter anderem MoMA und Guggenheim, in welchen die Kunstwerke gezeigt wurden, sprechen eigentlich für sich. Bei diesen spielt sicher immer auch der Kontext des vorangegangenen Werks und der Werdegang des jeweiligen Künstlers eine enorme Rolle, aber passenderweise hatte tatsächlich mal eine Studentin für eine zu Segals leeres Guggenheim-Aktion zumindest tendenziell ähnliche Arbeit, bei welcher man sie nur durch den Spion ihrer Atelierstür beobachten konnte, zur Prüfung eine Fünf bekommen. Was ich mit diesen hypothetischen Beispielen sagen will. Eventuell lauert in der aktuellen Umsetzung des Lehrplans an der Kunsthochschule nicht nur die Gefahr einer Ausbremsung und Abdämpfung, sondern sogar die Möglichkeit, dass man, wenn man sich das von den Professionen Gesagte zu Herzen nimmt, womöglich gar in eine falsche Richtung gelenkt oder von lapidar gesagt einem kunsthistorisch relevanten Werk abgebracht werden könnte. Und ich finde, dann wird's problematisch. Ich jedenfalls war an einer Begebenheit beteiligt, die mich dahingehend durchaus bestätigte. Und zwar wurde in meinem damaligen dritten Studienjahr ein ziemlich renommierter Galerist an die Uni eingeladen, welcher sich die Arbeiten der Studenten ansah und anschließend eine Ausstellung mit einigen von ihm Ausgewählten veranstaltete. Dass sich der entsprechende Professor überhaupt um die Sache gekümmert hat und sich die Mühe machte, beim jeweiligen Galeristen ob eines Besuches an der Uni nachzufragen, muss man ihm natürlich extrem zugutehalten. Vor der anschließenden Ausstellung gab es dann jedoch abermals eine Art Vorauswahl. Deutschland sucht den Superkünstler. Für diese fertigte ich vorher noch ein paar neue Arbeiten an, welche relativ wenig mit dem zu tun hatten, was ich zuvor machte. Genauer gesagt bemalte und beklebte ich gefundene Matratzen, was meist nur wenige Stunden dauerte und ebenso schnell und dilettantisch nagelte ich die Schaumgummi-Wracks dann an die Wand. Da ich extrem zweifelte, ob die Dinge überhaupt etwas taugten, nahm ich zur Sicherheit noch vor der finalen Auswahl ein Einzelgespräch bei einem der Professoren wahr und wurde da fertig gemacht. Jedenfalls ging ich mit dem Gefühl aus der Besprechung, die letzten Wochen nur Scheiße produziert zu haben und die Arbeiten waren ja schlicht die Daseinsberechtigung an der Kunsthochschule. Nur auf Drängen einer Freundin, welche damals an einer anderen Uni Kunst studierte, zeigte ich beim Vorentscheid neben ein paar alten Arbeiten dann doch die beschmierten Matratzen. Mit bangem Blick wartete ich die Reaktion des Galeristen ab. Supergeil, richtig geil, genau das ist es. So jemanden würde ich sofort in meine Galerie aufnehmen. Du siehst auch gut aus, bist jung, aber du brauchst vielleicht noch einen abgerockteren Look. Ach du Scheiße. So marginal die Begebenheit auch sein mag, so treffend ist für mich ihre Beispielhaftigkeit für die Unrelevanz dessen, was an der Uni größtenteils gepredigt wurde. Außerdem komme ich weniger aufgrund dieser einen letztlich unerheblichen Szene zu meinem harschen Urteil. Sie bestätigte im Grunde nur ein mit den Monaten wachsendes Gefühl über die Kunsthochschule und passte einfach, wie man so schön sagt, wie die Faust aufs Auge. Im Grunde war der Typ natürlich nur einer von vielen Galeristen und andere hätten logischerweise auch andere Dinge gesagt, sowie überhaupt andere Studenten und Werke für die Ausstellung ausgewählt. Aber er war und ist immerhin einer von den renommierteren Galeristen und ich fand's eigentlich ganz nice, dass die Form, wie er über Kunst redete, ebenfalls nichts mit dem zu tun hatte, was da sonst so in der Uni gelabert wurde. Den Rest gab mir dann eines meiner Klassengespräche, welches zu Beginn des vierten Studienjahres abgehalten wurde. Nachdem wieder mit einiger Verspätung irgendwann die Studenten und die zwei Lehrenden nach dem vereinbarten Termin im Atelier eingetrudelt waren, drehte sich der Professor einmal in der Mitte des Raumes im Kreis und sagte, So, fangen wir mal an! Ohne sich die Arbeiten wirklich angesehen zu haben. Was folgte war ein sagenhaft stumpfer und nichtsbringender Wortwechsel, währenddessen ich mir wünschte, das Gespräch gar nicht erst einberufen zu haben. Als Vorinformation sei noch gesagt, dass ich zu dem Zeitpunkt der Objekt- und Konzeptkunst nahe Sachen machte, welche ich mit meiner Handschrift verbannt und unter anderem eine Serie von A4-Blättern zeigte, in denen nur die Ideen für eventuell umzusetzende Kunstwerke beschrieben wurden. Dazu lief im Hintergrund ein Lied von Vakvi Kernis Börsem oder Bozum, dessen Rechtsradikalität in einer der Arbeiten thematisiert wurde. An jedes Wort kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern, aber das Gespräch verlief in etwa so. Kannst du die Musik vielleicht ein bisschen leiser stellen? Die hat was mit dem Bild da hinten zu tun. Aus der Ferne schaute sich der Professor und sein Assistent die A4-Blätter an. Pause. Ist schon ein toller Raum. Ja, voll toll, antwortete ich in Gedanken. Du machst jetzt auch mehr mit Schrift, oder? Ja, ich orientiere mich da so ein bisschen an Jenny Holzer. Naja, so verkrampft wie die Jenny Holzer muss man das ja nicht machen, brachte sich der Assistent ins Gespräch ein. Hä, was war das für eine Aussage? Pause. Dann ich so. Ja, ähm, ich hab die Sachen mal ein bisschen anders gehangen, weil ich von einer da war, 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 weil ich von der, ähm, weil ich, weil ich von dieser klassischen White Coop-Situation wegkommen will. Assistent. Ach, bei den meisten Galerien sind die Wände halt schon vorher weiß gestrichen. Das ist auch viel billiger. Ah ja. Top Antwort. Das Ganze hatte in seinem konsequenten aneinander vorbeireden etwas von einem L'Oreal-Sketch. Dann wieder Professor. Beim letzten Rundgang hattest du ja überall Fuck you an die Wand geschrieben. Ich hatte... Was? Ich wusste zwar, was er meinte, aber mit der Realität hatte das nicht viel zu tun. Denn bei der vor dem Tag der offenen Tür stattfindenden Semesterprüfung im dritten Studienjahr hatte ich eigentlich eine Wand mit verschiedenen ausgedruckten Zitaten beklebt, welche die Prüfungskommission ein wenig aus der Ferne betrachtete, irgendwas von interessant und spannend murmelte, die Einheitsnote eintrug und zum nächsten Studenten überging. Während des Tages der offenen Tür kamen dann einige Besucher auf mich zu, welche sich im Gegensatz zu den Provisionen und Lehrbeauftragten die Zitate durchgelesen hatten und merkten an, dass die Aussagen ja ziemlich heftig seien, da sie konkret gegen die Kunsthochschule gingen und ob ich da nicht Probleme mitbekommen würde. Meine Antwort lautete jedes Mal, nein, es interessiert ja keinen. Die Formulierung Fuck you kam übrigens original nicht einmal darin vor. Das war also, was der Professor mitnimmt. Ich vergebe drei Bravos. Bravo, bravo, bravo. So in etwa ging das Gespräch dann nach einer halben Stunde weiter und ich sackte nach dessen Ende erstmal komplett in mich zusammen. War ja nicht alles zu erwarten, oder? meinte eine zum Klassengespräch eingeladene Bildhauerei-Studentin. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Zwar gebe ich natürlich auch nicht immer gerade das Geistreiste von mir, aber mit so einer Ladung geballter Ignoranz hatte ich dann doch nicht gerechnet. Als Künstler können die ohne Frage machen, was sie wollen, aber als Lehrbeauftragte? Die haben doch schließlich sowas wie ein, naja, Lehrauftrag. Prüft das überhaupt ab und an jemand, ob dieser auch umgesetzt wird? Nach diesem Erlebnis ließ ich die Klassengespräche jedenfalls erstmal Klassengespräche sein und ging fortan nur noch zur Pflichtveranstaltung in die Uni. Manche von diesen konnten zum Glück auch in Form von benoteten Referaten in Ausstellungen verschiedener Museen absolviert werden, welche etwa alle zwei Monate wie auch Ateliers meistbefreundeter Künstlerkollegen von der Klasse besucht wurden. Soweit, so gut. Allerdings verliefen diese natürlich genauso wie die Klassengespräche. Warum hätten jene auch anders sein sollen? Es waren ja dieselben Professoren. Ein paar exemplarische Szenen will ich folgend am Beispiel eines Ausstellungsbesuches einer staatlichen Kunstinstitutionen der Stadt beschreiben. Gegen Ende meines vierten Studienjahres veranstaltete ein Professor des Fachgebietes Malereifreie Kunst und ein Kunstwissenschaftler der Hochschule ein dreitägiges Seminar in einer Ausstellung, welche sich allgemein gesagt mit Nachkriegskunst bis zur Wende beschäftigte. An diesem nahmen etwa 20 Studenten teil, welche innerhalb der drei Tage je halb- bis dreiviertelstündige Referate zu einem der ausgestellten Werke hielten. Auf der vorangegangenen Vollversammlung wurde der Ausstellungsbesuch mit blumigen Worten angekündigt. Man wolle sich dort Zitat Mal so richtig über Kunst unterhalten. Vor allem sie natürlich, dachte ich noch, was wenige Wochen später auf perfide Art und Weise während des Ausstellungsbesuches auch eingelöst wurde. Denn neben den üblichen Phrasen und Binsenweisheiten gab es nun auch unhaltbares Bashing gegen andere Künstler als extra Dreingabe. So wurde das meiste von Beuys als Quatsch bezeichnet oder der Vortrag über ein Werk Andy Warholz mit dem Satz kommentiert, also ich mochte den Warhol ja noch nie. Bitte was? Geht es darum, welche Künstler der Professor nicht so mag oder irgendwie blöd findet? Ich meine, man kann und soll natürlich zu anderen Künstlern eine Meinung haben und ich bin weder ausgesprochener Beuys noch Warhol-Fan. Aber ist es nicht etwas bedenklich, wenn das so ziemlich das Einzige ist, was der Professor über diese Künstler sagen kann? Und mit Verlaub, Andy Warholz und Joseph Beuys haben künstlerisch so ungefähr das erreicht, wovon der entsprechende Professor nur träumen kann. Ich erinnere mich noch an eine Situation, die sich vor einer zugegibsten Leinwand von Piero Manzoni zutrug. Der Professor für Malerei sprach gerade davon, dass ein Maler anders denke, nämlich in Farbe, woraufhin sein Amtskollege ihn sinngemäß darauf hinwies, dass es hier wahrscheinlich um etwas anderes als Farbe ginge, denn dieser Manzoni habe unter anderem sein eigenes AA in kleine Döschen gemacht und das Ganze dann als Kunstwerk deklariert. In Klammern Merda de Azista von 1961. An den genauen Diskussionsverlauf erinnere ich mich leider auch hier nicht mehr, jedoch konkret an eine Frage des Kunstgeschichtsprofessors, die meiner Meinung nach für sich stehend schon viel aussagt und welche lautete Warum schicken sie ihre Studenten dann nicht an irgendeine niederländische Akademie? Da können die schließlich schön das Einmaleins der Malerei lernen. Die zwei Sätze sind, wie gesagt, leider vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen, doch vermittelten sie mir damals den Eindruck, dass vermutlich auch der Kunstwissenschaftler der Ansicht war, dass sein Kollege wohl einen leicht überholten akademischen Ansatz vertrete. Und der Historiker war auch schon um die 60. Was sollten wir Studenten dann erst sagen? So viel in zwei Sätze hineinzudeuten mag überzogen sein, doch reihte sich die Äußerung zudem hervorragend in die, naja, recht gegenüberstehende Grundhaltung der beiden Professoren während des Seminars ein. Am dritten Tag neigte sich dieses dann logischerweise langsam dem Ende zu, was sich auch am steigenden Desinteresse des Malereiprofessors bemerkbar machte. Können wir heute nicht schon eher Schluss machen? Draußen ist so ein schöner sonniger Freitag! fragte er beispielsweise seinen Kollegen am Ende eines Referats. Ja, draußen sei es wirklich schön, aber die letzten Vorträge würde man wohl noch schaffen können. Schaffte man auch jedoch mehr schlecht als recht. So wurde dann gleich die folgende Studentin zu Beginn ihres Vortrages über die Wiener Aktionisten abrupt durch ein lautes, abscheulich klingendes Gitarrensample unterbrochen. Das Handy des Malereiprofessors. Behäbig und anscheinend absichtlich langsam kramte dieser ewig in seinen Hosentaschen, bis er endlich sein Smartphone gefunden hatte. Anschließend hielt er es noch klingelnd, wie ein Lautsprecher vor sich, wippte dazu seinen Kopf neben dem Takt der Musik und schaute begeistert nach Zustimmung ob des supergeilen Klingeltons die Studenten an, bis er schließlich, nachdem eine ebenso begeisterte Reaktion derer ausblieb, endlich ranging und lautstark sein Telefonat führte. Sowas getraue ich mir noch nicht mal meiner Fantasie und das sagt einiges. Anders gesagt, wie soll ich so jemanden ernst nehmen? Spätestens wenn ein Professor dann wirklich einfach vom letzten Vortrag als Leiter des Seminars dieses mit der Begründung er habe sich noch um zwei Familien zu kümmern verlässt ist mir rätselhaft wo genau da eigentlich die ehrwürdige Amtsbezeichnung des Hochschulprofessors eingelöst wird. Passt natürlich, dass ich den letzten Vortrag hatte und ohne in Sozialneid abdriften zu wollen aber da habe ich mich auch gefragt. Okay, der bekommt sicher einen guten vierstelligen Betrag im Monat überwiesen ich nur den halben BAFIX-Satz plus einen Zuschuss von meinen Eltern und muss echt überlegen, ob ich das Geld für Essen oder Kunst ausgebe und der Typ geht einfach mal eher, weil er offensichtlich keinen Bock mehr hat. Hätte der Kunstwissenschaftler noch mit einer ähnlich raffinierten Ausrede die Veranstaltung vorzeitig verlassen, hätten wir Studenten uns wohl alleine unterhalten und benoten können. Ich meine, genauso wie etwas von mir als Student verlangt wird, kann ich doch ebenfalls etwas vom Professoren verlangen. Es ist auch einfach mal sein Job. Allein nachdem ich diesen Abschnitt jetzt nochmal durchgelesen habe, finde ich es abstrus, wie es innerhalb nur einer unter vielen Pflichtveranstaltungen zu so vielen fragwürdigen Äußerungen und Aktionen kommen konnte und wer weiß, was man da bei vorangegangenen oder folgenden noch alles hätte aufzählen können. Zugegebenermaßen waren und sind die gerade genannten Beispiele alle keine groben Verfehlungen, dennoch finde ich auch hier vor allem die Summe und das Weiterspinnen derer äußerst bedenklich. Wäre man zum Beispiel bei meinem Vortrag über Namjumpai geblieben, hätte man vielleicht auch mal mitbekommen, wie ich so ticke oder wie ich zu dessen Kunst stehe oder in welche Relation ich diese zu zeitgenössischer und meiner Kunst stelle. Immerhin habe ich mich auch mal eine Woche auf das Referat vorbereitet. Naja, aufgrund des Nichtwahrnehmens des entsprechenden Professors an meinem Vortrag habe ich sicherlich keine Tränen vergossen oder tief gekränkt mit dem Leben gehadert, aber ich finde, so ein Verhalten sagt letztlich viel über das Interesse an den Studenten aus. Man hat sich halt ganz gut eingesessen, ähnlich wie Homer in dieser einen Simpsons Folge in seiner Sofakuhle und niemand kann den Professoren das Sofa wegnehmen. Und sie wären ja schön blöd, die Kuhle bei dem fürstlichen Gehalt selbst zu räumen. Ein Bekannter mit Lehrauftrag an einer anderen Uni meinte sogar mal, dass ab einem bestimmten Alter und oder Lehrzeit die Professoren quasi unkündbar sind. Eventuell liegt das Problem ja schlicht darin, dass die Professoren zu alt sind. So beantwortet beispielsweise der Künstler Jonas Burgett die Frage, du hast an der Universität der Künste in Berlin studiert, in wie weit hast du von deinem Studium profitiert? Wie folgt. Das Problem war ja immer, dass die Professoren immer schon fast wieder raus aus dem Markt gewesen sind. Es wäre sicherlich spannender gewesen, man hätte Professoren Mitte 40 gehabt und nicht Mitte 50 oder 60, Jahres betrug das Durchschnittsalter der hauptamtlich lehrenden Professoren 58 Jahre. Nuff sad. Oder auch nicht, ein Gesetzesalter muss logischerweise nicht bedeuten, dass man den Bezug zu den zwei bis drei Künstlergenerationen jüngeren Studenten verloren hat. Doch es liegt verdammt nahe. Und gerade den letzten Satz Burgerts sah ich an der Uni leider vollends eingelöst. Vielleicht haben die zur Zeit in den 80ern und 90ern geborenen Studenten durch die neuen Medien ja bereits einen völlig neuen Umgang mit Kunst entwickelt, dem viele Professoren maßlos hinterherhinken. Und ich bin beileibe kein Klassenkämpfer und finde selber beispielsweise Farbfeldmalerei à la Barnett Newman oder Anuszkiewicz Op-Art super. Und sicher kann man sich auch in Zeiten des Internets in sein Atelier einschließen und Kraft seines Genies das Meisterwerk auf die Leinwand zaubern. Aber was ist mit denen, die was ganz anderes in der Kunst machen wollen? Sollte der Lehrauftrag der Professoren nicht auch für diese gelten? Strikt innerhalb gesetzter Kunstrichtungen wie Malerei oder Bildhauerei mag man sicherlich ebenfalls noch etwas Neues machen können. Aber da wir nun mal schon seit Jahrzehnten in der Postmoderne und bei Mixed Media angekommen sind, stellt sich dann nicht vielmehr die Frage was kommt danach? Der Frage einhergehen deprimierte mich besonders, dass augenscheinlich nicht nur die junge Gegenwart noch nicht so richtig ihren Platz an der Uni gefunden hatte, sondern dass der Blick in die Zukunft größtenteils einfach mal komplett ignoriert wurde. Allein bei dem Gedanken daran, welche Bedeutung Begriffe wie Crowdfunding, 3D-Drucker, Wireless Controlling, Face-Tracking, IP-Tracing, die MoMA hat Computer und Konsolenspiele wie Super Mario, SimCity oder Minecraft als Kunstwerke akquiriert? Wenn ich dann letzteres selber zocke, spiele ich dann ein Kunstwerk? Und wenn ich Let's Place davon gucke, schaue ich dann Leute an, die Kunstwerke spielen? Und was kommt als nächstes? Was kommt nach dem Remix, dem Meshup, dem Supercut, dem Kobe & Paste? Welche Alternativen der Entwicklung in Bezug auf den Ausstellungsort? Gerade in Zeiten von sogenannten JPEG-Käufern, die noch nicht mal mehr in die weiße Zelle oder auf Messen gehen, sondern sich Kunstwerke nur noch auf dem Bildschirm anschauen, um dann über deren Erwerb zu entscheiden. Wie könne man dem beständigen Shift hin zur dekorativen, gut verkäuflichen Kunst entgegenwirken und trotzdem von dieser Leben? Welche Rolle für die Verbreitung und Verwertung von Kunst spielen Social Media Plattformen? Sind das überhaupt noch Medien, da diese bereits mit vorhandener Software programmiert wurden oder sind die Medien schon die Kunstwerke selbst? Fragen über Fragen, deren Interesse oder Vermögen einer Beantwortung seitens der Provision zu keiner Zeit gegeben war. Hallo, deswegen studiere ich doch Kunst oder profan gesagt, um was zu lernen oder wenigstens irgendetwas außer Verdruss mit nach Hause zu nehmen. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass neue Musik immer diejenige sei, welche zuerst in Frage stellt, ob sie überhaupt Musik ist. Klingt gut. Und warum sollte das nicht auch für bildende Kunst gelten? Oder wie es Kunstkritiker Robert Youse mal sagte, Keine Ahnung, ob das so ist, aber ich werde zweifellos vorausblickender Kunst zurückschauender immer vorziehen. Bei mancher habe ich beim von Hans-Ulrich Obrist mitkuratierten Projekt 89 Plus, bei welchem, wie der Titel es bereits sagt, nur 1989 oder später geborene Künstler involviert sind. Ein Auszug aus dessen Infotext Marked by several paradigm shifting events, the year 1989 saw the collapse of the Berlin Wall and the start of the post Cold War Period. The introduction of the World Wide Web and the beginning of the universal availability of the Internet as well as the orbit of the first global positioning system satellite. Positioning? Positioning? Poseiding! A relationship between these world-changing events and creative production at large 89 Plus introduces the work of some of this generation's most inspiring Protagonists. Perfekte Hans-Ulrich Opus-Imitation. Schon allein wenn ich mir die Beschreibung des Ausstellungskonzepts durchlese, habe ich das Gefühl, dass zwischen dem, was Obrist da schreibt und dem, was die Professoren und Lehrbeauftragten des Fachgebietes so vor sich gaben, mehrere Welten liegen. Damit hätte man mal in einem Klassengespräch kommen müssen. Die Reaktionen wären vermutlich diejenigen gewesen, die es durchweg waren und sind. Abnicken, Schulterzucken, Schweigen. Nebenbei sei erwähnt, dass Hans-Ulrich Opus von manchen als eine der zurzeit einflussreichsten Personen in der Kunstwelt bezeichnet wird und wohl nicht ohne Grund den Nickname der Superkurator trägt. Selbst ich hätte als 1986 Geborene gar nicht mehr an dem Projekt teilnehmen können, weil zu alt. Immerhin falle ich noch in dieselbe Generation, Digital Natives oder Generation Y. Konkret diejenigen, die nach etwa 1980 bis 1985 geboren und mit dem Internet aufgewachsen sind. Oftmals wird im Zusammenhang mit diesen Generationsbegriffen dann auch von einer digitalen Lücke gesprochen, welche offenbar zwischen den davor geborenen zu klaffen scheint und möglicherweise einen weiteren Faktor darstellt, der das Verstehen zwischen den Generationen zusätzlich erschwert. Und vielleicht ist der Digital Gap sogar noch größer als gedacht. Jedenfalls hatte ich eigentlich zu keiner Zeit das Gefühl, mich über die vorhin gestellten Fragen oder gar zeitgenössische kunsttheoretische Aspekte mit den Provisionen unterhalten zu können. Erstaunt las ich in Kunstblocks unter anderem von der Annahme, dass es eine Tendenz weg von einer objektbasierenden hin zu einer netzwerkbasierenden Ästhetik gäbe oder sah YouTube Videos an, in denen davon gesprochen wurde, dass der Webbrowser vielleicht bald die Galerie ersetzen könnte. Wussten manche Provisionen überhaupt, was ein Webbrowser ist? Es schien, als wäre allein die Postmoderne noch nicht so richtig an der Kunsthochschule angekommen und der Schritt ins Informationszeitalter verpasst worden zu sein. Natürlich könne man die antiquierten Weisheiten und Bommos über Kunst und die Welt der Provision auch als anderen künstlerischen Ansatz werten, aber zumindest ich dachte mir, wären diese dann meist zum tausendsten Mal dargeboten worden, immer sowas wie Alter, wo genau seid ihr eigentlich hängen geblieben? Offensichtlich scheint dieses World Wide Web, die jetzt in ihren Trends befindliche Künstlergeneration zu haben, was ja allein weitere Generationsbezeichnungen wie Generation Google oder Facebook oder damit verbundene Kunstbegriffe wie NetArt, New Aesthetics oder Post Internet unterstreichen. Was natürlich nicht heißt, dass jetzt alle Netzkunst machen, allein der Begriff ist ohnehin längst obsolet geworden, sondern dass sich durch das Internet vor allen Dingen Herstellung, Verbreitung und Rezeption von Kunst maßgeblich verändert hat. So bekomme ich jedenfalls neue Kunst vorrangig über RSS-Feeds oder auf Tumblr gefolgten Kunstblocks mit. Oder wie das der Komponist Johannes Kreitler 1980 geboren mal so schön formulierte Während man früher nach Wochen bis Monate auf Ausstellungsfotos bekannter Künstler oder auf einen Bericht in einem Magazin warten musste, wird man heute regelrecht von jedem zweiten Hobby Künstler mit Fotos oder Videos seiner neuen Werke zugeschissen, welche meist direkt nach deren Fertigstellung auf dessen Blog oder Webseite gepostet werden. Mich persönlich interessierten da natürlich vor allen Dingen Künstler meiner Generation, die bereits an größeren Ausstellungen teilnahmen und da gab und gibt es einige. Zum Beispiel Ivan Agote 1983 geboren, sprayt in einem Kunstmuseum mal eben über den Mondrian, filmt das Ganze ab und stellt das Video wiederum als Kunstwerk aus. Mark Essen 1986 geboren, programmiert Atari-eske Oldschool-Spiele und präsentiert diese im Kunstraum. Besuchst du noch oder spielst du schon? Tauber Auerbeck 1981 geboren, kopiert unter anderem vorhandene Kunstwerke und interpretiert diese in selten geiler New Age Aesthetik neu. Auch geil, die Second Life thematisierenden Filme einer Kajo Fay, 78 geboren, die raumgreifenden Fotografien eines Matthew Stone, 82 geboren, die mit Narration spielenden Kurzfilme des zu Beginn des Textes genannten Jakob Palace 87 geboren, die Musik und Kunst verbindenden Performance einer Marie Schendanz, 80 geboren, die in 3D gerenderte Szenerien eingebetteten Tanzanlagen eines Schalkolbe Sutterwhite, 86 geboren, die radikalen Fotografien des mittlerweile verstorbenen Dash Snow, 81 bis H3D und ihre netaffinen Installationen Alexandra Domanovic und ihre skulpturalen Paperstacks Martin Kuhu und seine sich-selbst gefilme, die hypnotischen in Nähe und getränkten Kunstwerke von Korakit Arunanantunay 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 6 geboren, die flächige den raubenutzten Malerei eines Friederike Herrero 1978 geboren, die überbordenen Bild- und Bild-Videos von Brett 78 Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Zugegebenermaßen war diese Aufzählung gerade nur eine Auflistung von Künstlern meines Geschmackes und vermutlich ebenfalls eine mehr als langatmige Name-Dropping-Orgie. Nur verdeutlicht sie neben all dem Rant und Bashing auch eines. Es gibt offenbar bereits genügend Leute meiner Generation, die mit unterschiedlichsten Strategien mehr oder weniger abseits einer vordergründigen Verkäuflichkeit ihrer Kunstwerke neue Wege gefunden haben, einerseits in renommierten Häusern und Institutionen auszustellen, andererseits ebenso von der Kunst leben zu können. Nun berühren oder bewegen mich auch nicht alle der genannten Künstler oder besser gesagt deren Kunstwerke, aber vielleicht wäre es sinnvoller mal auf solche Leute in Klassengesprächen und Seminaren aufmerksam zu machen, anstatt wie häufig der Fall auf irgendwelche Rentner, Professor gut findet. Wie gesagt, es ist keinesfalls verkehrt von bestimmten Kunstsignionen allgemein gesetzte Kunstrichtung und Entwicklung mal was gehört zu haben, aber sollte darauf wirklich die Priorität innerhalb des Studiums liegen? Schließlich lautet der Studiengang nicht Kunstgeschichte oder BWL, sondern Freie Kunst. Wäre es nicht viel wichtiger, darauf hinzuweisen, was die Künstlergeneration der jetzigen Studierenden macht und beschäftigt, um wiederum davon ausgehend den Blick in die Zukunft zu wagen? Vielmehr nahm ich eine durch Bildinterpretationen von 18-900- Schieß-mich-tot oder Kunstgeschichte von anderthalb bedenkliche Diskrepanz des jetzt Passierenden und dem Stillstehen der Kunsthochschule war. Zum Beispiel konnte man es sich schlicht sparen, auf die vorhin genannten Künstler im Klassengespräch zu verweisen, da die Provisionen diese ja sowieso nicht kannten, womit eine davon ansetzende Diskussion nicht mal im Handlungsspielraum lag. Jedenfalls habe ich keinen der gerade aufgezählten Namen je in einer hochschulinternen Veranstaltung gehört. Gerade am Domenico Beispiels Parcaitus frage ich mich, ob da auch nur ansatzweise verstanden würde, um was es bei dessen in dem Sinne traditionellste und de facto Auftragsmalerei überhaupt geht. Zudem liefen Gespräche, bei denen man äußerte, von den gesetzten Kunstformen wegkommen oder allgemein etwas anders machen zu wollen, jedes Mal ins Leere und wurden mit Totschlag Argumenten wie die Malerei bleibt für immer je beendet. Es wirkte alles ein wenig wie das zwanghafte Festhalten am Printmedium inzwischen bankrott gegangene Zeitschriften und hörte sich immer ein bisschen so an wie Sieg Heil Die Folge dessen sind reihenweise Studenten, die diese Haltung übernehmen und in ihren Werken umsetzen. Eigentlich ja nichts verwerfliches, erst einmal die Meinung des Professors anzunehmen. Deswegen ist er ja Professor, der kennt sich ja aus. Kritisch wird's, wenn diese Haltung nichts mehr mit zeitgenössischer Kunst zu tun hat und in der Herstellung letztlich bedeutungsloser Gebrauchsmalerei mündet oder in Zeichnung im Stil des Filmen Noir der 50er Jahre, eine Kunst von heute, die gemütlich im Vorgestern nistelt, wie es Journalist und Kunstkritiker Hanno Rauderberg in Bezug auf eine letztjährige Ausstellung in Kiel beschrieb. Anlässlich dieser kommt er in seinem Artikel in der Zeit Ausgabe 40 von 2013, der passender Weise in der Erfolgsfalle heißt, zur These, dass ein neuer Konservativismus die Gegenwartskunst dominiere und ich glaube, dass diese Konservativität an den Kunsthochschulen gefördert wird, wenn nicht sogar dort ihren Ursprung hat, was sich mit Umsetzung der Bologna-Reform abermals drastisch verschärft haben dürfte. Selbstverständlich haben die Studenten auch noch ihren eigenen Kopf und müssen die Ratschläge ja nicht umsetzen. Leider ist es so einfach dann aber doch wieder nicht, denn mit den Prüfungen und der Notenvergabe entsteht ebenfalls eine Art Erfolgsfalle und gewissermaßen auch der Zwang, Kunstwerke zu schaffen, welche Anklang finden oder mit denen man wenigstens ins nächste Semester kommt. Dies stellt meines Erachtens nach einen für Kunst tödlichen Druck dar, der ja eben alles Neue, Aneckende oder Avantgardistische schon vor der Entstehung unterbindet. Denn wer entscheidet denn da über Verbleib oder Exmatrikulation? Genau, die Profession und wer einen anderen Ansatz verfolgt, hat demzufolge schon mal schlechtere Karten, die dann ganz schnell zum Mau-Mau werden können, wenn man Kunst macht, welche die Prüfungskommission jetzt nicht so gelungen findet, obwohl diese von der Machart vielleicht längst ihre Bedeutung in der Bildenden Kunst hat. Tja, und wer dann auch noch die Profession kritisiert oder Arbeiten herstellt, die fast ausschließlich über die Idee gehen, wie Baldor Bovitz zum Beispiel, kann dann auch mal ganz schnell weg vom Fenster bzw. Studium sein. Überhaupt die Prüfung. Am Ende eines jeden Semesters fand ein Rundgang im Gebäude des Fachgebietes statt, bei welchem innerhalb weniger Stunden alle im letzten halben Jahr entstandenen Arbeiten aller Studenten angeschaut und benotet wurden. Im Schnitt blieben dann pro Student knapp 5-10 Minuten für Rezeption, Diskussion und Bewertung derer Kunstwerke. Alles klar. Diese paar Minuten waren dann bei den meisten Professoren auch exakt der Aufwand, der betrieben wurde, um sich dem jeweiligen Studenten zwei Sätze dazu sagten und anschließend eine Zensur Vergabe. Manche Professor erschienen auch erst gar nicht zu den Rundgängen und andere kamen zu spät und gingen eher, weil sie noch irgendwelche Besprechungen hatten. Zudem ging es in diesen Kurzbesprechungen mit Notenvergabe dann wie immer fast ausschließlich um rein formale Aspekte der Arbeiten. Nach inhaltlichen und theoretischen Beweggründen wurde hier ebenfalls so gut wie gar nicht gefragt. Zusätzlich schien es so, als würden einige Studenten bewusst bevorzugt oder benachteiligt zu werden. Beispielsweise äußerte man bei einem Studenten nur Bruchteile von Sekunden nachdem man sein Atelier betreten hatte sofort ein genervtes OCH DAS IST DOCH ALLES NUR DECORATIV während ein anderer einfach mal seine Arbeiten nicht zeigen brauchte weil er offenbar ein gutes Standing bei den Professoren hatte und trotzdem mit sehr gut benotet wurde. Für meine Abschlussprüfung im letzten fünften Studienjahr erbarmte man sich tatsächlich 15 Minuten seiner kostbaren Zeit zu offenbaren. Auf der Webseite der Hochschule wird die Abschlussarbeit damit beschrieben, dass sie alles praktische und theoretische Wissen des Studiums zusammenfasse. Dafür eine Viertelstunde anzusetzen finde ich gelinde gesagt lächerlich. Passte dann auch wieder, dass die Prüfung erst 20 Minuten später losgehen konnte, weil die Provisionen nicht alle pünktlich erschienen waren. Wäre man mal pünktlich da gewesen und hätte die Prüfung stattdessen länger angelegt, hätte ich vielleicht wirklich etwas über meine Kunstwerke sagen können. Dieses Pünktlichkeitsnazitum mag pedantisch klingen, aber sagt das Ewige zu spät und nicht erscheinen nicht auch wiederum viel über den eigenen Arbeitsanspruch bzw. das Interesse an Professors gab, teilte man mir am nächsten Tag die ewige Einheitsnote 1,3 mit. Eine Erklärung bezüglich der Bewertung blieb ebenso aus. Nun, ich will mir deswegen keinen Zacken aus der Grunde brechen, vielmehr stört mich das Prinzip dahinter. Genauso gut hätte ich mich ausruhen, vielleicht ein, zwei kleine Acrylbilder malen können und am Ende dieselbe Note erhalten. Logo, man macht die Kunst ja nicht wegen der Zensur oder dem Lob der Professoren aber es fasst die Absurdität der Benotung eigentlich ganz gut zusammen. Dass die Prüfungskommission zudem nur aus Lehrenden des Fachgebietes und keiner Person von außerhalb bestand, finde ich ebenfalls recht eigenartig. Ich hätte es mir während des Studiums natürlich auch einfach machen und gefällige Flachware anfertigen können, um mir anschließend das Lob fast fein gemacht Wiffi Holstöckchen oder um es mit der Comiczeichnerin Stefanie Sargnagel 86 geboren studiert oder studierte freie Kunst bei Daniel Richter in Wien zu sagen Manchmal überlege ich auch schwere Kunstwege daraus zu machen Auszüge in Form von Plakaten zu drucken sie in einen White Cube zu hängen und vor elitären Kunst Scheißern zu rechtfertigen um Preisgelder oder höhere Verkaufspreise zu erschleichen aber das fühlt sich in meinem Fall einfach falsch an und würde mich an Wiedern Jedes Mal wenn ich zu viel in diesem Milieu verbringe bekomme ich sehr starken mich innerlich auffressenden Weltekel und würde mir am liebsten die Klitoris vergrößern lassen um die ganzen affektierten Wappler in den Mund zu ficken bis sie Wimmerle am Hals bekommen Ähnlich Abfinden mit dem Umstand doch nichts ändern zu können und auch nur ansatzweise zu wollen das dann doch lieber CDU wählen weil läuft ja eigentlich Ja die Angie die macht das doch eigentlich ganz gut Ekelhaft Da halte ich es lieber wie Rogo Shamuni und sage Du willst CDU Darum mach ich Schluss An solche Leute orientiere ich mich schließlich auch Nicht Angela Merkel natürlich Sondern Rogo Jamuni der hat ja ebenfalls Kunst studiert und kann heute sicher von seiner im weitesten Sinne Kunst ganz gut leben Oder Schlingensief wäre noch ein Vorbild Der wäre doch an der Kunsthochschule eingegangen oder hätte sie gleich in die Luft gejagt Dazu auch passend Gerd Richters Aussage nach Christoph Schlingensiefs Berufung den deutschen Pavillon auf der Venedig Biennale 2011 bespielen zu dürfen Das ist ein Skandal Da nehmen Spitzenäußerung in welcher der Performer also noch nicht mal als Künstler gilt hätte auch von einem der älteren Herrschaften der Uni kommen können Gefälligkeitsgerhard hingegen wäre dort bestimmt ein gern gesehener Gast gewesen in Klammern meine Bilder sind klüger als ich Herzlichen Glückwunsch was Richter wohl sagen würde wenn Helge Schneider mal den Pavillon in Venedig bespielen würde dessen Frühwerk finde ich nämlich genauso super aber das ist doch kein Künstler höre ich schon die ersten Unken naja immerhin hat er mal einen knapp einstündigen Beitrag in der Sendereihe mit dem treffenden Titel Deutschland deine Künstler bekommen und von den Unkenden oder den Professoren wird man in der Sendung diametralerweise wohl niemals jemand zu sehen bekommen aber ein Helge Schneider im Fachgebiet malereifreie Kunst und denkbar ich will mich jetzt auf keinen Fall auf dessen Stufe stellen oder mich mit ihm vergleichen aber allein als Kunst anfängt gefolgt von einer selten hirnlosen Diskussion ob des Kunst Begriffes genauso wie gesetzte Künstler oder Kulturschaffende hörte und schaute ich mir aber auch gern Bands wie die zu Beginn des Textes kurz beschriebenen Minor Thread oder Sonic Youth an Was da auf deren Konzerten abging Wie weit ist es da eigentlich noch bis zur Kunst Performance und was für einen Impact die hatten glaubt man den Quellen bildet tatsächlich Minor Thread Song Straight Edge die Basis der gleichnamigen weltweiten Bewegung welche sich durch Verzicht und Mäßigung von Alkohol Drogen und Sex kennzeichnet und noch heute allein in Deutschland um die 15.000 Anhänger zählt Ein Wahnsinn was 46 Sekunden und 124 Wörter für einen Einfluss haben können Trotz der alles andere als sauberen Produktion Liedes und der Band eine Rolle Aus dem Nichts kam der Hardcore Punk schließlich auch nicht und allein Abstinenzbewegungen wie die T-Totalisten oder Temperanzgesellschaften gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert Aber das Beispiel des Songs beeindruckt mich dahingehend so sehr dass da Leute von sich aus was an den Start gebracht und begründet haben was vor allem so ziemlich das Gegenteil von schön gespielt interessant spannend und schon gar nicht akademisch war und dennoch oder gerade deswegen nach wie vor eine offensichtlich immense Relevanz hat und das eben auch weil man in Zeiten des damals die Charts überschwemmenden schmierigen Disco-Pops in irgendwelchen Kellern einfach selbst seine Musik aufnahm sein eigenes Label gründete und nicht wie viele Bands damals nach New York zog sondern in Washington seine eigenständige Szene aufbaute oder anders gesagt die Straße nicht nur benutzt hat um bereits geteerte Wege zu befahren sondern mal geguckt hat wie die Struktur des Asphalts beschaffen war um schließlich zu einer völlig eigenen Standortsbestimmung zu gelangen von welcher aus wiederum heute neue junge Bands ihre Wege gehen die US-amerikanische Frauenband Hysterix zum Beispiel oder die aus St. Louis stammenden Lumpy and the Dumpers inwiefern beide Gruppen sich zu Mitgliedern der Straight Edge Bewegung zählen ist mir nicht bekannt allerdings stehen sie mit ihrer Verwendung des typischen Hardcore- und Punk-Sounds quasi schon fast automatisch in der Tradition der Wegbereiter der Musikrichtung und von Minor Threat oder Ian McKay werden die vermutlich alle schon mal was gehört haben allein das konsequente weiterführendes Do-It-Yourself-Prinzips oder erschwinglichen bis Pay-What-You-Want-Konzerten scheint darauf hinzudeuten aber auch diese Bands sind in ihrer Entwicklung nicht stehen geblieben die selbst manchmal noch auf Kassetten vertriebenen Lieder werden anders aufgenommen und gleichsam haben sich auch die Inhalte der Songtexte geändert so thematisieren die jungen Frauen von Hysterix beispielsweise erfahrene sexuelle Belästigung und aktuelle Missstände ihrer Regierung während zum Beispiel die Musikvideos von Lumpy und The Dumpers nicht mehr viel mit der Prüderie von manch hartleinenden Straight-Edgern zu tun haben allein wenn ich mir die Auftritte der ebenso Ende der 80er Anfang der 90er geborenen Bandmitglieder auf YouTube anschaue scheint vor allen Dingen eins klar zu sein da geht's um was und genau dieses um etwas gehen das sich deutlicher positionieren und jetzt kommt die Kunst wieder ins Spiel ist es was mir bei vielen jungen Künstlern fehlt oder um abermals Hanno Rauderberg zu zitieren einen politischen Kopf wie Beuys oder Schlingensief der nicht nur zu seinesgleichen spricht und auch jenseits des Kunstbetriebes ernst genommen würde sucht man unter den Gegenwartskünstlern vergeblich als Ideal gilt was unideal scheint halbfertig unausgegoren die Künstler von heute heben auf was die Gegenwart an Bildern und Dingen zurücklässt und formen daraus ihre Collagen und Installation sie sind Verwerter und Verwalter des Gewesenen das Bewahren nicht das Aufbrechen erscheint ihnen als oberstes Ziel nun das Gewesene gar nicht zu verwerten wird wohl in Zeiten der Postmoderne schwierig werden aber gerade die Einstellung überhaupt etwas anders machen zu können und zu wollen habe ich an der Kunstuni extrem vermisst verfickte Scheiße wo ist bloß die Energie das Eigenleuchten das Übermaß das Übersziehen ausschießen das sich zum absoluten Vollhorst machen in der Kunsthochschule habe ich all das jedenfalls nicht gefunden wahrscheinlich da eben genau dieses mit einem modularisierten Kurssystem und genormten Professoren auch von vornherein unterbunden wird genau diese Aufbruchstimmung ist es doch was Kunst letztlich am Leben hält ich meine es geht mir nicht darum dass jetzt alle Kunststudenten Musik machen oder die Vernissagen zum Punkkonzert werden sollen sondern dass überhaupt die Möglichkeit innerhalb eines Kunststudiums bestehen sollte auch erstmal etwas der bildenden Kunst scheinbar Fremdes zu starten und voranzubringen wer weiß ob es nicht später an künstlerischer Bedeutung und Relevanz gewinnen kann schließlich brauchte es auch Jahre bis sich Sonic U vom einstigen Krachduo hin zum Musikwelt nachhaltig prägenden Band entwickelte jedenfalls deuten darauf die hohen Platzierungen derer Platten in verschiedenen Toplisten der vermeintlich wichtigsten Alben der 80er und 90er hin zumal sich in dieser Zeit doch bestimmt viele Musiker die Frage gestellt haben ob sie überhaupt noch Gitarren verwenden sollen und können oder ob diese nicht mittlerweile schon von Synthesisern und Samples abgelöst wurden und klar konnte man gleichfalls wie man heute noch malen kann und vor allem kann und konnte man das scheinbar veraltete Medium aktualisieren so wie es Sonic Youth damals mit ihren komplett umgestimmten Gitarren getan haben denn jedoch ausgerechnet dass sich Zeit nehmen und sich austesten können geht im Zuge der Einführung des Absolventensystems und der Benotung der künstlerischen Arbeiten immer mehr Flöten und mündet schlussendlich im Erstickungstod jeglicher eventuell sich an der Kunsthochschule entwickelnden progressiven Kunst Häufig wird in den Klassengesprächen und Ausstellungen vom Experiment gesprochen davon dass man in seiner Kunst etwas ausprobieren solle Dass dabei eine Resultatsfindung nicht unerheblich wäre scheint dabei häufig völlig vergessen zu werden Ein Chemiker oder Biologe geht schließlich ebenso wenig ins Labor und denkt sich jetzt matsche ich mal ein bisschen rum ein überschäumender Kolben hier ein explodiertes Reagenzglas da experimentier experimentier und danach geh ich wieder nach Hause und bin des Lebens glücklich Ausprobieren und zu experimentieren an sich ist natürlich nichts Falsches oder Sinnloses ganz im Gegenteil allerdings wird es schwer damit wenn hinter jeder winzigen Aktion die Bestrafung in Notenform und eine Benachteiligung seitens der Lehrenden stehen könnte denn wer etwas gegen die Professoren sagte lief natürlich immer Gefahr es sich mit diesen zu verscherzen nachdem beispielsweise mal ein Student in einem Fred der Hochschulplattform die rhetorische Frage oder denkt jemand dass das eine gute Ausstellung war stellte entgegnete der die Ausstellung initiierende Professor mit dem ewigen Verweis auf Experiment und dem Zusatz man muss schon ein wenig nachdenken bevor man redet und auch das Sehen ist nicht so leicht nice auch eine Art mit Kritik umzugehen generell das Verhältnis zwischen Professoren und Studenten missfiel mehr arg zwar wurde sich kategorisch geduzt und vermeintlich kumpelhaft miteinander umgegangen doch eigentlich waren die Lager klar abgesteckt einzelne Professoren hatten im Wesentlichen die gesamte Macht über Benotung und somit auch Exmatrikulation Atelierbelegung Ausstellungsbeteiligung und auch zu einem gewissen Grad der Entwicklung der Studenten obwohl einer auf Austausch und Dialog gemacht wurde blieb einem letztlich nichts anderes übrig als die eigenmächtig gefällten Entscheidungen der Provision ohnmächtig zu akzeptieren als zum Beispiel bei einer Vollversammlung ohne erkennbaren Grund die Ateliers komplett neu belegt wurden begründete dies der Leiter des Fachgebietes ernsthaft mit wenn man in ein höheres Semester geht will man vielleicht auch in ein höheres Stockwerk bitte was das rechtfertigt jetzt den Aufwand der betrieben werden muss um mit seinen gesamten Kunstwerken in stundenlangem Transport einen neuen Raum zu belegen selbst der Hausmeister merkte anschließend an dass es nicht viel Sinn machen würde einen Studenten der viel Staub und Dreck produziert mit jemandem zusammen zu stecken der einen clean Arbeitsansatz hat dass immer wieder Materialien geklaut oder Arbeit zerstört wurden könnte eventuell auch daran liegen Hierzu passt eigentlich auch ganz gut die Aussage Jonathan Meses von dem man sicher halten kann was man will dass die Hochschulprofessionen alle auf ihrer Team Bock haben und ferner Haifischen gleichen die Zierfische heranzüchten würden nur schienen die entsprechenden Amtsinhaber meiner Uni weniger furchteinflößenden Meeresbewohnern zu ähneln als eher im Tierpark zur Schau gestellten beispielhaften Vertretern heimischer Schwarmfische und von heranzüchten konnte auch nicht die Rede sein vielmehr wurden die Studenten eher anteilnahmslos zur Kenntnis genommen man wurde geduldet als mir beispielsweise bei einem Rundgang die für meinen Arbeitsraum zugeteilte südamerikanische Gaststudentin erzählte dass sich die Professoren bis jetzt es war bereits fast ein halbes Jahr vergangen noch nicht einmal ihre Kunstwerke angeschaut hatten und ich daraufhin eine Lehrbeauftragte fragte ob man dies nicht gleich nach den anderen Prüfungen machen könne wurde nur entgegnet Och nöö nächsten Studienjahr weiter Warum bietet man überhaupt ein Austauschstudium an wenn man sich offensichtlich einen Scheiß für die Leute interessiert Weitere Beispiele Nachdem einmal bekannt geworden war dass wieder ein Student die Uni gewechselt hatte wurde dies nur mit der lapidaren Bemerkung abgetan dass die Studenten nun langsam Flügge werden würden und als zwei Studenten unabhängig voneinander sogar den wurden diese nur mit einem sinngemäßen Ach deine Arbeiten sind doch toll und das ist doch schön dass du hier studierst abgewatscht Einmal komplett fehlendes Empathievermögen bitte Danke Wie gesagt der Professor soll nicht die Rolle eines Psychologen oder Therapeuten einnehmen aber wenn zwei meiner Studenten schon überlegen das Studium aufzugeben würden doch bei mir alle Alarmglocken läuten Während des Studiums habe auch ich öfters daran gedacht einfach alles hinzuschmeißen was sich nicht zuletzt auch in den Arbeiten äußerte unter anderem in einem Klassengespräch vorgetragenen Text welcher sich konkret gegen die Uni richtete oder in einem Foto welches in Referenz zu IYY meinen Mittelfinger in Richtung Kunsthochschule zeigt Die Reaktion auf all die Wut und Unzufriedenheit Ignoranz oder eben die üblichen Floskeln Ein Professor lachte sogar lauthals los als er das Fingerfoto triviale Gründe wie das monatliche BAföG oder dass ich wenigstens einmal was zu Ende machen wollte und wie soll ich das meiner Mutter erzählen nachdem ich bereits ein Studium abgebrochen habe Außerdem studierte ich ja Kunst weil ich Kunst liebte und unbedingt Kunst machen wollte und will Für mich ist Kunst Musik Literatur Bild Kunst und alles dazwischen und was darüber hinaus geht nur mal alles und so ganz erlischen wollte die Hoffnung ja dann doch nicht dass sich vielleicht doch irgendwann mal was ändert und entgegen gehen der bisherigen Beschreibung war an der Kunsthochschule natürlich nicht alles schlecht es gab zum Beispiel ein umfangreiches Angebot von Seminaren über Kunst Theorie und Geschichte verschiedene Ausstellungsmöglichkeiten kostenlose Benutzung der Werkstätten eine hauseigene Bibliothek Workshops etc alles nice und gut kam für mich aber immer weniger an Frage da ich immer mehr Angst hatte überhaupt in die Uni zu gehen ja Angst klingt scheiße war auch so das gesamte letzte Studienjahr verbrachte ich sogar fast ausschließlich ganz zu Hause und machte da mein Zeug denn nur lamentiert und nichts gemacht zu haben kann man mir schließlich nicht vorwerfen und wenn man schon nach den Noten gehen will ist ein Studienabschluss mit 1,3 sicher nicht der schlechteste Nein ich habe das Studium ernst genommen habe alle Pflichtveranstaltungen besucht und meine mich während dieser Zeit auch künstlerisch sowie menschlich weiterentwickelt zu haben was jetzt wie ein Widerspruch klingen mag es meiner Meinung nach aber nicht ist denn diese Entwicklung fand sicher nicht aufgrund von Einzel- und Klassengesprächen oder sonstigen Veranstaltungen des Fachgebietes Malerei Freie Kunst statt sondern größtenteils durch das Informieren über Kunst im Internet sowie Bibliotheks und Ausstellungsbesuchen dafür brauchte es jedoch kein Kunststudium und immer wenn ich dann in die Uni ging traf es mich förmlich wie ein Schlag als ich die dottige Art über Kunst zu reden mit dem abglich was ich täglich auf dutzenden Kunstblocks Künstlerwebseiten YouTube und Büchern sah oder las vielmehr habe ich die im Fachgebiet geäußerten Ratschläge welche wie Forderungen Kunsthochschule bekommen der einzige Wochentag an dem ich tatsächlich freiwillig in die Kunsthochschule ging war dienstags denn da fanden die Vorlesungen des am Anfang erwähnten Bühnenbildprofessors statt welche ich wirklich gerne und alle bis auf eine in zwei Jahren besucht habe da hatte ich wirklich das Gefühl etwas mitzunehmen was sich wohl auch in den guten Prüfungsnoten widerspiegelte nach einer Prüfung kam mir also ich ich male eigentlich gar nicht und was machen sie dann performance video skulptur oder was ganz anders ja ich baue so kleine dinger die bewegen sich und blinken dann und so also kinetische kunst ich in gedanken kinetische kunst was das denn entschlossene antwort ja der professor nickte wissend dann geben sie mir ruhig bescheid wenn sie eine ausstellung oder ähnliches haben ja mach ich auf wiedersehen tja in diesen fünf minuten brachte mir der professor mehr interesse entgegen als alle lehrenden meines fachgebietes im gesamten studium zusammen so also angekommen musste ich natürlich erstmal im internet gucken was kinetische kunst überhaupt ist und ach du scheiße es gibt also bereits seit jahrzehnten einen ganzen kunst zweig der sich auf dinger spezialisiert hat die sich bewegen und blicken und so fuck warum hat mir das noch keiner gesagt oder mich wenigstens irgendwie darauf hingewiesen dass es das alles schon gibt googeln kann man sehr schlecht wenn man es nicht kennt und in klassengesprächen hörte ich immer nur die dinger seien irgendwie interessant spannend gut ab und an nahm ich dann doch noch ein einzelgespräch mit und in einem wurde mir dann mal von einer lehrbeauftragten der Hinweis gegeben mir doch möglichst meine leute außerhalb der uni zusammen zu suchen denn o-ton den input den du brauchst kannst du an dieser kunsthochschule auch gar nicht bekommen denn die profesoren wollen natürlich etwas ganz anderes was für eine bankrott erklärung nun ich will den satz jetzt nicht übermäßig bewerten er ist natürlich wasser auf meine mühen trifft jedoch meiner meinung nach das dilemma der hochschule auf den Punkt hauptamtlichen profesoren also ihre eigenen kollegen dass sie einem nur dazu raten können die uni zu wechseln habe ich übrigens auch versucht hat nicht geklappt scheiße war's aber ist das nicht das größte armuts zeugnis und eingeständnis für eine staatliche kunsthochschule welches sie machen kann sollte nicht eben die universität selbst versuchen den studenten weiterzubringen anstatt ihm beizupflichten sein glück doch woanders zu suchen das problem beginnt meines erachtens nach schon bei der eignungs prüfung dadurch dass allein ich die damalig drei hauptamtlichen profesoren und deren assistenten die bewerbungsmappen durchsahen bewerteten und auswählen wurden die vermutlich wirklich interessanten leute schon von vornherein ausgesiebt kann man schwer kritisieren ist halt so und trotzdem scheiße die Hauptscheiße liegt jedoch vor allem einerseits in der zu vorbeschrieben mangelhaften bis komplett fehlenden Kompetenz seitens des Lehrkörpers als auch in der Modularisierung der Studiengänge wobei passenderweise selbst bei den Provisionen das Modulsystem noch nicht so richtig angekommen zu sein schien oftmals wurde beispielsweise noch von sogenannten Reisescheinen geredet obwohl die Studenten längst keine Scheine mehr sondern Credit Points bekamen und das zu belegende Modul unter dem Beginn des zweiten Studienjahres fragte welche Veranstaltungen im Semester belegt und welche Kriterien erfüllt werden müssten um für das Meisterschülerstudium zugelassen zu werden erwiderte diese nur kurz zwei Drittel Malerei ein Drittel Theorie und einfach gute Bilder malen nachdem ich aus Unsicherheit mich darauf verlassen zu können dieselbe Frage bei der Verwaltung wiederholte bekam ich mit einem klar gestaffelten Modulplan eine Bagatelle erscheinen sind sie wahrscheinlich an sich auch mich beunruhigt eher vielmehr was dahinter steht nämlich dass einige Professoren augenscheinlich nicht wussten in welchem Bewertungssystem sich die Studenten befanden oder wie genau eigentlich deren Studium ablief an welchem man als Leiter des Fachgebietes ja nicht ganz unbeteiligt war konkret kritisiere ich zudem die hinzugekommene Pflichtbelegung eines sogenannten Praxissemesters als wäre die freie künstlerische Arbeit nicht die eigentliche Praxis die es zu Schulen gelte über den Mailverteiler der Uni wurde ja tatsächlich mal ein für dieses Modul vorgesehenes Praktikum als Museumswerte an die Studenten geschickt ich frage mich wie die Kunsthochschule sich das vorstellt vielleicht etwa dass einen das Auf und Abgehen der Museumsgänge irgendwie künstlerisch elementar weiterbrächte oder man bei besonders gutem Aufpassen dann nach Absolvierung des Praktikums vom Museum als Künstler aufgenommen werden würde und fortan seine Arbeiten dort präsentieren dürfe so absurd es klingen mag so unklar scheinen mir die genauen Beweggründe eines solchen letztlich von der künstlerischen Arbeit abhaltenden Praxissemesters im übrigen wurde auf dieses oder weitere zu belegende Pflichtmodule nie auf eine Vollversammlung hingewiesen oder die aus Credit Points und Nennung des Titels bestehende Beschreibung des Moduls im veralteten Studienplan auf der Hochschulwebseite in irgendeiner Form erklärt Als mich ein der Prüfungskommission zugehöriger Professor im letzten Studienjahr eher nebenbei auf die fehlende Note ansprach hörte ich original zum ersten Mal was vom Praxissemester Daraufhin meinte diese dann sowas wie Naja das interessiert mich eh nicht ich bin Künstler schrieb irgendwas von sieben Wochen Linoldruck in das Formular und signierte es nicht schlecht ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht einmal mit Linolium gedruckt rechne ich ihm natürlich hoch an spitzen Zug aber schon irgendwie paradox das denkt also ein Professor über seine quasi eigene Studienordnung Metapher Time in Anlehnung an die zuvor genannte Aussage Jonathan Meses hören sie nun eine weitere überspitzte klischee beladenen Metapher aus dem Tierreich durch die Modularisierung des Studiums und der Benotung von Kunstwerken wird eine Schafherde von Sonntagsmalern und Hobbybustern herangezüchtet welche während des Studiums brav ihr Gras zu fressen hat und vor allem beim Wollescheren in Klammern Gebrauchskunst produzieren schön stillhalten soll wer mäht kriegt Klassenkeile und wer sich zu sehr von der Herde entfernt wird von den werden sowieso eher ungern gesehen nach 5 Jahren gelegentlicher Streicheleinheiten werden die Studenten die Schafe dann in die freie Wildbahn entlassen in welcher sie einzeln und orientierungslos umherschweifen bis sie schließlich als winzige Wolkbischelförmige Punkte am Horizont verschwinden in Klammern es aufgeben Kunst zu machen sofern sie nicht gleich vom bösen Wolf in Klammern Existenzangst gefressen werden Metapher dein Ende Einige Fragen Warum musste ich Seminare besuchen in welchen ich unter anderem gelernt bekam dass es wichtig sei als Künstler einen aufgeräumten Arbeitsplatz zu haben Warum musste ich im ersten Studienjahr Kurse über Photoshop Flash oder InDesign belegen wenn der Studiengang Malerei Freie Kunst heißt Man muss als Digital Native schon leicht zurückgeblieben sein um die ohnehin benutzerfreundlichen Programme nicht bedienen zu können Allein dass die Kunsthochschule in den beginnenden 10er Jahren des 21. Jahrhunderts noch ernsthaft in zwei Studiengänge Malerei und Bildhauerei unterteilt kommt einer Art Rückentwicklung und Steinzeit alterlichen Akademisierung bei Mich würde mal interessieren wie die Professoren heute überhaupt Malerei und Bildhauerei definieren oder naja besser lieber nicht Zitat Bildende Kunst beginnt da wo das gesprochene Wort aufhört Mir schien es als würde Malerei für einige Professoren heutzutage tatsächlich immer noch mit dem Weglegen des Pinsels enden Außerdem heißt der Studiengang auch noch Freie Kunst Wie lautet eigentlich die Zielsetzung der Kunsthochschule für das Fachgebiet Gibt es so etwas überhaupt Vielleicht ja schönartig alle Seminare besuchen Immer lieb zu den Professoren sein und vor allem Fein mali mali machen wie es eine Studentin mal in einer ihrer Arbeiten formulierte Und warum musste ich im letzten Studienjahr nochmal eine theoretische Hausarbeit schreiben wenn dies als wissenschaftliche Arbeit schon im zweiten Semester geschehen ist Und was hat es mit einer freischaffenden künstlerischen Tätigkeit zu tun Schon klar dass Wäre es nicht viel wichtiger hochschulinterne Pflichtseminare über den jetzigen Kunstmarkt und dessen Regeln oder künstlerische Do's und Don'ts zu veranstalten Wie gehe ich auf eine Galerie zu Was sage ich und was besser nicht Welche Ausstellungen und Veranstaltungen muss man besuchen Welche Institutionen Sammler und Kuratoren muss man kennen Wie wichtig ist tatsächlich eigenes Aussehen und Stil als Künstler All das scheint ja whip durchaus elementare Fragen zu seien auf deren Antwortfindung die Kunsthochschule noch nicht einmal vorbereitet oder gar hinweist So und anstatt immer nur mi mi zu machen hätte ich Danach neben der Sprengung des Hochschulgebäudes und dem Kahlschlag der Professurenschaft ein paar weitere realistische Vorschläge Erstens Abschaffung von Pflichtbesuchen zeitraubender bis hinrissiger Hochschulseminare Einführung eines prüfenden und Meisterschülerprüfung, als auch in regelmäßigen Zeitabständen für die Klassengespräche. Drittens, Zusammenlegung der beiden Fachgebiete Malerei und Bildhauerei in einem Studiengang Bildende Kunst. Viertens, mindestens eine Provision für neue Medien innerhalb der Bildenden Kunst. Fünftens, tendenziell jüngere Provision und nicht Mitte 50 oder 60. Sechstens, Prüfung kunsthistorischen und wissenschaftlichen Fachwissens und allgemein Kompetenz der jetzigen Lehrenden. Wo sind wir? Siebtens, Widerrufung des Bologna-Abkommens für alle Studiengänge der freien Kunst. Da wohl dennoch keiner der Punkte umsetzbar sein wird und sonst alles von meiner Seite aus geschrieben ist, kommen wir jetzt zu meinem zusammenfassenden persönlichen Fazit, also zum Schluss. Dass man sich immer das für einen Relevante aus Einzel- und Klassengesprächen ziehen muss und dass es den perfekten Professoren sowieso nicht gibt, ist klar. Klar ist auch, dass man am Ende seine Kunst schon selbst geschissen kriegen muss und nach einem 5-jährigen Studium die Kunsthochschule wohl kaum als fertige Künstler verlassen wird. Inwiefern die Institution überhaupt auf ein eventuell später stattfindendes freies Künstler-Dasein vorbereiten kann, ist ohnehin fraglich. Klar sollte meiner Meinung nach jedoch auch sein, dass der Besuch einer Hochschule und der Abschluss eines Studiums einen letztlich nicht vom Studierten vergraulen sollte. Zumindest ich war nach Beendigung der letzten Prüfung heilfroh, dass die Scheiße jetzt endlich vorbei war. Nachdem ich meine Kunstwerke in den Müll geschmissen hatte und sich die Türen des Hochschulgebäudes ein letztes Mal hinter mir schlossen, verspürte ich tatsächlich eine unendliche Erleichterung. Das war also mein Kunststudium. Gott sei Dank ist es vorüber. Und wenn das die Kunstwelt sein soll, von der alle immer redeten, dann nein, danke. Dass ich allerdings unbedingt Kunst machen wollte und will, das steht fest. Aber ich will Kunst machen, die bewegt, aufwühlt, provoziert, progressiv ist oder es zumindest versucht und nicht das Wohnungsinterieur der neuen Konservativen aufschmücken. Dass es vielleicht auch so etwas wie Gegenbewegung zum dekorativen, mehr oder weniger inhaltslosen High-Titai gab, gibt oder vor allem geben könnte, wurde innerhalb des Kunststudiums einfach mal unter den Teppich gekehrt und nicht weiter beachtet. Je mehr ich mich allerdings während des Studiums für Kunst interessierte, desto mehr schienen mir diese vermeintlich unter dem Teppich befindlichen und stetig wachsenden Berge relevanter zu sein, als das, was da im kleinen Neandertal der Kunsthochschule so abging oder eben nicht abging. Die Uni glich einer Art künstlich angelegten Biotop, welches nichts mit der faszinierenden, als natürlich auch brutalen Realität der eigentlichen zeitgenössischen Kunst und des derzeitigen Kunstmarktes zu tun hatte. Der Autor Heinz Strunk beschreibt in seinem Buch Fleisch ist mein Gemüse die Welt der Tanzmusik als eine Art Paralleluniversum zu dem, was in Radio, Fernsehen und in den Printmedien stattfindet. Sie ist die dritte Welt der Musik. Und bemerkt ferner, Tanzmusik hat nichts mit Kunst zu tun, noch nicht immer besonders viel mit Musik. Viele Mucker sind nicht nur unmusikalisch, sondern interessieren sich in weit auch überhaupt nicht für Musik. Ihre oft nicht mehr als ein, zwei Dutzend Exemplare umfassenden CD-Sammlungen bestehen meist aus Samblern wie die Superhills von 2003, Best of Smokey oder Cats, der Soundtrack. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätte sich die Kunsthochschule zur Welt der zeitgenössischen Kunst wie Tanzmusik zu populärer Musikverhalten. Der phlegmatisch eingelöste Lehrauftrag glich den von Tanzbands gespielten, ewig gleichen Cover-Versionen vom Besten der 60er, 70er und jetzt auch ganz neu, der 80er Jahre. Die Vernissagen unterschieden sich in ihrer Biederkeit nicht viel von Schützenfesten und Dorfhochzeiten. Die geförderte und geforderte Altherrenmalerei waren die Glitzer-Jakets, während die im Buch beschriebenen Ansagen des vermeintlichen Bandleaders in ihrer Absurdität oftmals den Aussagen einiger Professoren ähnelten. Doppelpunkt Er ist nicht nur ein Fuchs, er riecht auch wie einer. Bei einem Kunststudium wird häufig von einem Transitmoment geredet, einer Zwischenstation, die ein Künstler nur kurz durchläuft. Blöd nur, dass die meisten noch nicht mal, um in diesem Bild weiterzusprechen, am Bahnhof namens Von der Kunst leben können, geschweige denn an der Haltestelle ein kunsthistorisch einigermaßen relevantes Werk hinterlassen ankommen werden. Glaubt man den oft genannten Zahlen, werden diese Stationen tatsächlich für fast alle der jetzt Studierenden im Leben nicht erreichbar sein. Die direkte Übernahme eines Kunsthochschulabsolventen in eine Galerie, welche den Lebensunterhalt des Künstlers gewähren kann, wird sowieso der absolute Ausnahmefall sein. Dieser Fakt wurde während des Studiums galant umgangen. Anstatt immer wieder auf die minimale Chance hinzuweisen, oder dass man wahrscheinlich nicht zu den angeblichen 2% gehören wird, und sich eventuell so etwas wie eine, auch wenn es ekelhaft klingen mag, künstlerische Strategie überlegen sollte, sprach man anstatt dessen in der Kunsthochschule lieber von diesem Blau, welches da ganz gut zu diesem Rot passen würde. Peter Weibe behauptete ja in einem Interview über zeitgenössische Kunst sogar mal, der Großgalerist macht die Kunst. Der Künstler liefert nur den austauschbaren Rohstoff dazu. Wenn ab und zu auch gute Kunst dabei ist, ist das nur Zufall. Na ach du Scheiße, ist das so? Und warum wird sowas in den seltensten Fällen in den Einzel- und Klassengesprächen thematisiert und sich lieber über rein Formales am Einzelwerk unterhalten? Selbst bei solchen Unterhaltungen hatte ich dann nie das Gefühl, dass sie mich irgendwie weiterbringen würden, da ich den Eindruck hatte, dass das Empfinden der Professoren für Ästhetik und Farbgebung ebenfalls nicht unbedingt dem der Generation der Studenten entsprach, beziehungsweise sich auch nicht in dieses hineingedacht wurde. Das angeblich, wie einmal von einem Professor behauptet, später 30% der Studenten in Galerien unterkommen würden, halte ich vorsichtig gesagt für utopischen Schwachsinn. Und selbst die oftmals kolportierten 2% scheinen in Anbetracht dessen, wer eigentlich später als Absolvent des Fachgebiets ein namhafter Künstler wurde, eher unrealistisch zu sein. Schaut man zum Beispiel mal im Wikipedia-Eintrag der Universität nach bekannten Absolventen derer, so wird man dort lange suchen. Ich jedenfalls kenne unter den gelisteten Namen ehemaliger Studenten genau einen. Und der wurde damals wegen gesellschaftlicher Unreife bereits nach zwei Semestern von der Uni geschmissen. Klar, war eine ganz andere Zeit und hatte ganz andere Umstände. Aber passt natürlich gerade super. Auch die Geburtsjahre der weiteren dort gelisteten bekannteren Absolventen sind fast ausschließlich mindestens zwei bis drei Künstlergenerationen von der jetzt Studierenden entfernt. Nun ist es nur ein Wikipedia-Eintrag. Und was nicht ist, kann ja noch werden. Aber nehmen wir mal an, ich wäre seit über zwei Jahrzehnten Leiter eines gesamten Fachgebietes einer staatlichen Kunsthochschule und hätte in diesen ganzen Jahren nicht einen einigermaßen renommierten Absolventen hervorgebracht, dann würde ich mich schon fragen, ob eventuell mein Dehrauftrag überhaupt seinen Zweck erfüllte. Nun mag der Text bis hierhin weinerlich und frustriert geklungen haben. Aber naja, ich bin ja auch frustriert. Aufgrund der Zulassung an der Kunsthochschule habe ich damals ein anderes Studium abgebrochen, mit der festen Überzeugung, jetzt endlich das studieren zu können, was ich immer wollte. Dreimal laut gelacht. Selbst vom für sich das Relevante rausziehen blieb am Ende nicht mehr viel übrig, nur so viel, dass das an der Uni Gesagte so ungefähr nichts mit dem zu tun hatte, was ich machen wollte. In den Klassengesprächen habe ich mich oftmals erst gar nicht getraut, bestimmte Arbeiten zu zeigen und es gleich weggelassen, theoretische Ansätze oder Ideen auch nur zu erwähnen. Die Reaktionen könne man sich eh schon ungefähr denken und die Diskussionen darüber hätten sowieso zu nichts geführt. Da muss man halt hart sein und drüberstehen oder sich seine eigenen Leute suchen, werden jetzt wahrscheinlich einige denken und sagen. Klingt gut, aber ist das überhaupt so? Wenn man mit 200 Sachen gegen eine Betonwagen fährt, ist danach auch nicht mehr viel übrig. Wo wir wieder beim Asphalt wären. Denn sich dessen Struktur innerhalb des Kunststudiums zu widmen oder dort so etwas wie Minor Threat oder Sonic Youth zu machen, war tatsächlich schlicht unmöglich. Und das, obwohl Sonic Youth de facto nicht nur als Musikgruppe in Erscheinung trat, sondern mit ihren Musikvideos und Songs auch in Kunstmuseen vertreten waren, unter anderem in der MoMA in New York oder mit einer Einzelausstellung in der Kunsthalle Düsseldorf. Vermutlich waren die Videos und Lieder der Band, welche in den jeweiligen Ausstellungen gezeigt wurden, bei derer Herstellung noch nicht mal oder jedenfalls nicht primär als Kunstwerke gedacht und trotzdem fanden sie irgendwann ihren Platz in der bildenden Kunst und den nicht zu niedrig. Lustiger oder besser gesagt perfiderweise erreicht Sonic Youth allein bei der Webseite artfacts.net ein höheres Kunstrelevanz-Whatever-Ranking als viele der zur Zeit lehrenden Professoren der Hochschule. Was nicht heißen soll, dass sie als Künstler relevanter sind als jener, aber ich könne mir gut vorstellen, dass, wenn man an der Kunstuni einen ähnlichen Ansatz wie die Gruppe verfolgt hätte, dieses als Nicht-Kunst oder zumindest Ist-ja-nur-Musik abgetan worden wäre. Aber warum sollte man innerhalb eines Kunststudiums nicht auch einfach mal 5 Jahre nur Musik machen können? Oder Gedichte schreiben, ohne sie als Kunst zu betrachten? Oder jeden Montag ins Atelier scheißen und den Haufen dann als Kunstwerk deklarieren? Ja, werden jetzt die Professoren sagen. Kann man doch! Kann man nicht, würde ich pampig entgegnen. Die Wahrheit wurde bei den Vollversammlungen doch selbst auf den Punkt gebracht. Das ist die Malerklasse XY, hier ist die Zeichenklasse so und so und zu mir können auch Studenten kommen, die etwas anders machen. Fair enough! Der Lehrplan wiederum schien darauf ausgerichtet zu sein, dass die Studenten möglichst schnell auf ausgetretenen Pfaden von A nach B kommen sollten, wobei B für mich von Weitem immer wie eine Sackgasse aussah. Dass dies in der Kunst aller Wahrscheinlichkeit nach auch überhaupt nicht so funktioniert und man vielleicht eher schauen muss, welche Wege es noch abseits der vermeintlichen Schnellspurbahn gibt, wurde dabei völlig außer Acht gelassen. Eventuell sollte sich eine Kunsthochschule auch gar nicht an einer Wegfindung beteiligen, sondern zunächst den Freiraum für die Studenten gewährleisten, so dass diese während des Studiums gar nicht gleich nach anderen Wegen suchen müssen, sondern sich auch einfach mal ganz anderen Dingen widmen können. Der Struktur des Asphalt zum Beispiel. Theoretisch gibt es ja schließlich nichts Besseres als ein Kunststudium, um sich auszuprobieren und sich davon ausgehen, in welcher Form auch immer weiterzuentwickeln. Theoretisch. Anstelle dessen trat meinem Empfinden nach die Unmöglichkeit eines Gegenentwurfs. Wer keinen für sich passenden Professoren fand oder nicht an eine andere Uni wechseln konnte, hat er halt Pech gehabt. Vielleicht mögen die gerade im Text genannten Beispiele eventuell als nichtige und belanglose Begebenheiten erscheinen, was sie sicher zum Teil auch sind. Allerdings hätte ich von diesen noch tausend weitere, naja, vielleicht fünf, aufzählen können. Bei diesen machte mir, wie häufig erwähnt, vor allem das Weiterdenken derer Angst, welches sich vielleicht mit den Worten Desinteresse, Eingesessenheit und Ignoranz seitens des Lehrkörpers sowie Überholung bis gänzlicher Unrelevanz des Gelehrten und des Studiensystems zusammenfassen lässt. Und ich weiß auch von anderen Studenten, zumindest bei den gerade genannten Dingen, nicht der Einzige zu sein, der diese kritisiert. Es hat sich ja sogar eine lose Gruppe von einigen Leuten zusammengefunden, welche sich in regelmäßigen Abständen trifft, um über die unprätentiöse Situation an der Uni zu reden. Inwiefern das hier beschriebene andere Studenten ähnlich sehen oder die Lage an anderen Kunsthochschulen ähnlich ist, liegt nicht in meinem Ermessen. Für mich bot der Text schlicht eine gute Gelegenheit, die während des Studiums stetig aufgeschriebenen Sätze und Stichpunkte bezüglich der Uni zusammenzufassen, sowohl als auch einen Schlussstrich unter die ganze Sache zu ziehen. Manches in den vorangegangenen Seiten mag überspitzt und respektlos klingen, aber wenn schon, dann richtig. Und das Ganze hier war wie oft betont meine Meinung. Und sicherlich alles sehr ichbezogen. Aber worüber man nicht reden kann, darüber soll man ja bekanntlich schweigen. So habe ich es wahrgenommen, so habe ich es erlebt. Vermutlich fielen viele Formulierungen auch so deutlich aus, weil ich ebenfalls das Gegenbeispiel erlebt habe. In Gesprächen mit Freunden, die an einer anderen Kunstuni studierten und Professoren, die ihren Lehrauftrag nicht im Fachgebiet hatten, habe ich glücklicherweise mitbekommen, wie man sich auch über Kunst unterhalten kann. Zusätzlich erhielt ich von diesen ebenso oft bestätigende Meinungen ab der bedenklichen Lage meiner Kunsthochschule. Zum Beispiel äußerte eine Freundin mal den treffenden Satz, immer wenn du mir von deiner Uni erzählst, denke ich mir, das darf doch alles nicht wahr sein. Deren Universität hat das Bologna-Protokoll übrigens nicht angenommen. Es geht also auch anders. Vielleicht ist es im Grunde auch ganz einfach. Und so wie Wolfgang Herndorf, welcher ebenfalls Malerei studierte, erst mal formulierte, es ist ja nicht so, dass man auf einer Kunsthochschule was lernt. Immerhin habe ich ja jetzt einen Abschluss, der mich original für nichts qualifiziert. Absolvent der freien Kunst, klingt wie eine Teilnehmerurkunde an den Bundesjugendspielen, erfolgreich letzter geworden. Doch darüber zu jammern, nützt genauso nichts. Und ich kann auch nicht alles auf die Uni schieben. Vor dem Studium hatte ich aber auf jeden Fall mehr Lust darauf, Kunst zu machen und nach dessen Beendigung aus Frust und Ekel erst mal ein halbes Jahr gar keine Kunst mehr gemacht. Erst jetzt komme ich langsam wieder aus dem Tritt, den Drang, Kunst machen zu wollen, kann man schlecht ausschalten und dass die Zeit an der Uni eher ungeil verlief, dafür kann die bildende Kunst schließlich nichts. Manchmal frage ich mich allerdings, wo ich heute wohl schon sein könnte, wenn ich damals mein altes Studium weitergeführt oder mich woanders bewoben hätte. Hätte, wäre, wenn. Im Nachhinein ist man ja bekanntermaßen immer klüger und vielleicht wächst man ja auch daran, wenn man weiß, was man nicht will. Aber sollte das die Prämisse einer Hochschule sein? Unterm Strich muss ich sagen, dass zumindest mich der Besuch der Kunsthochschule und das Wahrnehmen der dortigen Veranstaltung künstlerisch und persönlich eher ausbremste, anstatt dass diese mich weitergebracht oder mich in irgendeiner Weise auf eine eventuell bevorstehende freischaffende Künstlertätigkeit vorbereitet hätten. Auf jeden Fall aber hatte ich mir von diesen fünf Jahren mehr erwartet und wünschte, das Kunststudium nie begonnen zu haben. Die Sache ist, es ist wie eine voll-release. Und ich kann, für mich, playing, performing oder playing ist und es ist als zu ich als zu 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 wie ich in meinem Leben Es ist, es ist, zu das extremem Das ist das Gefühl, ich habe immer wieder gehabt. Und unglaublich. Und additiv. Und du kannst es nicht stoppen. Das ist das Gefühl, ich habe immer wieder gehabt.